Hey! Ich dachte gerade, ich muss jetzt wieder wie gestern hier 3000 Mal irgendwelche Dinge anklicken, aus- und wieder anmachen, damit was funktioniert. Aber es funktioniert aber einfach so. Hallo, 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 na? Verstehst du uns überhaupt, wenn wir Hochdeutsch schreiben? Was? Hä? Was? Nein. Ich verstehe euch generell nicht. Nie. Au! Ey, es funktioniert by the way wieder mit den Subgifts. Ich hab's gefixt. Das war tatsächlich, das ist durch ein Update. Verloren gegangen. Das musste ich kurz wieder neu machen, aber dann ging's wieder. So, da Flex aus! Dankeschön für deinen Sub! Vielen lieben Dank für deinen Subgift! Sind Sie, ich verstehe auch mich gut sehr. Okay. Dankeschön, Nio. Vielen lieben Dank. Wie geht's, Shino? Ja, Leute, Shino. Shino! Das ist so eine Sache. Wir haben ja gestern den Stream ein kleines bisschen früher, als es mir lieb war, beendet. Ich hätte gerne weitergespielt. Ich hab auch immer noch sehr Bock auf Minecraft, to be honest. Ähm, aber wir haben den Stream gestern ein bisschen früher ausgemacht, aus Sorge um meinen lieben Kater. Der heißt Shino. Ja? Der Shino wurde vorgestern von einer Biene gestochen. Vorgestern. Ähm, gestern und gestern, äh, vorgestern war den ganzen Tag mega super drauf, hat richtig viel gegessen, ganz normal. Ähm, auch gestern noch, aber gestern Abend. Kurz, also so um die Streamzeit. Da hing er langsam durch. Ich dachte, hm, was ist da los? Und, ähm, ja, es ist halt nicht besser geworden. Und dann dachte ich mir so, oh shit, vielleicht ist doch noch was mit dem Bienenstich gewesen. Oder er hat irgendwas. Oder da entzündet sich was oder sowas. Hm. Ganz ungeil. Und dann habe ich den Stream abgebrochen und, äh, ja, Shino ging es gar nicht gut. Der hat sich basically gar nicht mehr bewegt, der Junge. Also for real, der saß einfach in der Ecke und hat nichts mehr gemacht. Ähm, ja. Der sah irgendwie richtig, richtig, äh, mitgenommen aus. Und das hat mir vor allem Sorge bereitet, weil ich schon gesehen habe, wie er aussieht, wenn er krank ist. Und das war irgendwie nicht normal. Das hat mir irgendwie Sorgen gemacht. Und dann haben wir gedacht, well, brib, ähm, irgendwie ist das doch schlimmer geworden als gedacht. Und ich habe mir echt Sorgen gemacht. Und dann dachte ich, okay, wir müssen vielleicht, ähm, in den Notdienst, zum Notdienst. Bevor das in der Nacht noch schlimmer wird. Ich hätte auch sonst nicht schlafen können. Und dann sind wir in den Tiernotdienst, zum Tiernotdienst gefahren. Ungefähr um halb eins sind wir hingefahren. Äh, ja. Und dann waren wir beim Tiernotdienst. Ähm. Warte, dann Kater wirft den Küchenschrank runter. Was? Raven, was? Genau, dann waren wir beim, 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 beim Notdienst. Und dann die Ärztin, ähm, beobachtet den Shino, guckt ihm in den Mund. Und Shino hatte einfach den Bienenstachel auf der Zunge. Der Stachel steckte noch in seiner Zunge. In seiner Zunge! Und wir waren so, äh, wie hätten wir das da auch rausholen sollen? Äh, was? Gekonnt. Ja, schieb. Peter, ein Piercing, ja. Ey, ganz ehrlich, der hat das, der hat das genau perfekt in der Mitte der Zunge gehabt. Da hätte er auch ein Piercing hingekonnt. Äh. Das war einfach, der hat die Biene gefressen. Hat er nicht. Wir haben gesehen, dass er sie nicht gefressen hat. Ähm. Wir haben die Biene ja in seinem Fell gesehen und sie war tot. Und dann war ich so, ha, die hat wahrscheinlich gestochen, ist dabei gestorben. I guess. Was bei Bienen halt so passiert. Und, ähm, ja. Hat sich beim Fell lecken, könnte auch sein. I don't know how this happened. Ich hab nicht gesehen, wie er gestochen wurde. Das ist halt das Doofe. Der verbringt viel Zeit auf dem, ähm, auf dem Balkon. Und zwar bin ich immer da, wenn er auf dem Balkon ist. Aber ich bin ja jetzt, ich starre ihn ja nicht immer an, wenn er da sitzt und sich Vögel anguckt oder so. Wow! Look at me! Ich bin negativ. Hello! Ja, either way. Auf jeden Fall. Ähm, dann hat die Ärztin den Bienenstachel rausgezogen. Shino hat sich einfach null gewehrt. Der war so kaputt. Ähm, der saß einfach nur da und hat... ...gemacht. Aber der hat sich nicht bewegt. Er war halt einfach nur am... ...geräusch machen. Er fand das nicht gut. Aber für mehr war keine Kraft da. Und dann... Danke fürs Patpat. Ja, und dann hat sie den innerhalb von 20 Sekunden oder so rausgezogen, den Stachel. Und hat halt gesagt, dadurch, dass der Stachel noch in der, ähm, in der Zunge steckte, hat der Stachel die ganze Zeit, äh, jetzt die zwei Tage über noch Toxin abgegeben. Und deswegen hat quasi Shino jetzt über zwei Tage hinweg, ähm, ähm, noch, noch Gift in den Körper gepumpt gekriegt. Schön über die Zunge. Und deswegen meinte sie, ist wahrscheinlich seine Zunge sehr taub und tut weh, weswegen er nicht mehr fressen wollte. Ähm, und deswegen hat er vielleicht auch überall woanders Schmerzen oder fühlt sich unwohl, weil das, äh, Gift halt direkt über die Zunge in den Körper quasi geht. Und wir waren so, ah! Ja, schön! Richtig toll! Ja, ähm, hat, er hat einfach, ähm, normale Schmerzmittel gekriegt und, ähm, ja, wir, er kriegt jetzt von uns auch noch die nächsten Tage Schmerzmittel. Aber so in der Woche sollte er wieder fit sein. Sie hat gesagt, ähm, so Verletzungen und so Stuff, die im Mundraum sind, heilen sehr schnell. Deswegen, der wird dann wahrscheinlich wieder happy sein. Er hat heute schon wieder gegessen und ganz viel getrunken und er läuft wieder rum und er sitzt nicht mehr in komischen Ecken. Er liegt jetzt gerade auf dem Sofa und hat sich richtig cozy dahin gelümmelt. Also ihm geht's schon wieder viel besser jetzt. Aber damn! Gestern war gar nicht gut. Der hat sich literally, der hat sich, der hat sich in die Ecke gesetzt mit dem Kopf zur Wand. Ich weiß nicht, vielleicht klingt das für euch nicht weird, aber... Zu Katzen, die wollen alles beobachten. Das ist ganz untypisch, dass die sich mit dem Rücken zum Raum und mit dem Gesicht zur Wand hinsetzen. So, ich dachte so, oh mein Gott, okay, jetzt ist irgendwas ganz falsch. Also, das geht doch nicht. So, das macht doch keiner. Hauptsache, er geht nicht wieder auf Bienenjagd. Ich werde, nur wegen der Biene werde ich ihm jetzt ja nicht verbieten, auf den Balkon zu gehen. Der liebt den Balkon, aber ich hoffe so sehr, dass er nicht nochmal eine Biene fressen will. Oh, das ist so dumm. Ich hoffe, er hat's gelernt jetzt. Ja, oh Mann. Das tut doch weh, ja. Das hat ihm wohl sehr weh getan. Oh man. Wenn sich Katzen verkriechen, sofort zum Arzt. Ja, also, dass er einfach nur ein bisschen rumsaß und ein bisschen träge war, das ist halt... Ich meine, Menschen kriegen auch mal eine Grippe, dann sind die auch träge und wollen nur schlafen. I see that. Aber dass er halt so komisch war und sich nur in irgendwelche Ecken hingesetzt hat und so gar nichts mehr mitbekommen hat, da war ich so, okay, das ist nicht normal. Deswegen sind wir zum Notdienst gegangen. Ist natürlich ordentlich saftig teuer gewesen. Das waren dann mal für das kurze, yo, ich zieh den Stachel raus und hier ist ein bisschen Schmerzmittel. Ja, waren das 260 Euro. Das ist natürlich krass, wenn man so viel Geld nicht einfach so rumliegen hat. Für so einen... Also, das ist ja ungeplant. Du planst sowas ja nicht mit ein. Dass deine Katze plötzlich einen Abgang macht, weil sie von der Biene gestochen wurde. Oh Mann, ey. Das war auch eine wirklich unangenehme Verletzung. Keine schöne Erfahrung mit der Natur, ja. Das stimmt, das tut mir auch voll leid. Wenn es wenigstens irgendwie... Die sind so flauschig, eigentlich kann man die kaum stechen. Wenn es wenigstens so an der Pfote gewesen wäre, da hätte man es sehen und rausziehen können. Aber so, er konnte uns ja nicht mal sagen, wo das Problem ist. Das war einfach im Mund. Oh Mann. Und es war auch nichts geschwollen, wohlgemerkt. Wir haben ihm, by the way, in den Mund geguckt, aber da war nichts geschwollen. Normalerweise, wenn du so von so einer Biene gestochen wirst, dann hast du da so Schwellung. Aber der hatte nichts. Das war so ganz weird. Schien nur einfach. Voll fies hier ist go, danke für acht Monate. Ja. Ja. Bevor sie durch den ganzen Flausch, äh, bevor durch den ganzen Flausch eine Biene durchkommt, da steckt sie an dem Fluff. Ist halt echt so. Ist wirklich so. Ich wünschte, Tiere könnten generell sagen, was deren Problem ist. Er hätte nur, hätte nur sagen können, aua, Mann, Pfungel. Hätte ich direkt, hätte ich direkt Bescheid gewusst, aber, hm. Naja. Naja. Ich glaube, es ist nicht unüblich, dass Tiere mal einen Bienenstich kassieren, weil sie zu neugierig sind. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, das ist normal. Ich habe bisher immer, wenn ich gesehen habe, dass auf dem Balkon eine Biene war, die Katzen reingeholt, weil ich so Angst hatte. Auf der einen Seite dachte ich, mega dumm, das sind, das sind ja Tiere und, äh, in normaler freier Wildbahn werden die bestimmt auch mal eine Biene jagen oder so. Und daran jetzt auch nicht sterben, aber ich bin dann so, hm. Ich traue denen alles zu, ich hole sie lieber rein, aber das Mal jetzt habe ich gar nicht mitbekommen. Das war ein bisschen dumm. Naja. Wie geht's dann, Kata? Ich habe gerade lang und breit darüber geredet, zusammengefasst. Äh, ihm geht's wieder gut. Oder besser. Die nächsten Tage ist er wieder fit. Ah. Ja. Ja, ja, ja. Die arme Sum-Sum, ja, die ist tot. Die hat mit ihrem Stich, äh, mit dem Stich ihr Leben bezahlt. Ich hatte ja Probleme mit Westen, meine Hunde treten immer drauf. Ja gut, okay, ähm. Meine Katzen sitzen ja nur auf ihren Kratzbäumen im Balkon und gucken dann, oh, Vögel, Vögel, Autos, Menschen, oh, Wespe oder Biene. Keine Ahnung und, äh, ja, hm. Dann sind die wohl auf die Jagd gegangen. Bienen töten kann bis zu, warte, wie viel? 10.000 Euro Strafe kosten, weiß das, Chino? Scheiße. Scheiße, Chino muss, hat jetzt Schulden, das geht gar nicht. Das geht doch nicht. Chris, danke für 14 Monate, dankeschön. Dankeschön, ja. Kannst du entsprechend wieder rumhampeln? Ja, ich kann, ich kann hampeln. Ich hab sogar, ähm, ich, 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 ich kann sogar wieder meinen Puls heute anmachen, weil heute machen wir Horror. Achso, ich kann euch gleich den Streamplan zeigen. Ach, ich, ich wollte euch nur kurz erzählen, wie es Chino geht. Ähm, weil ich dachte, das bin ich euch schuldig, nachdem wir gestern so früh Schluss gemacht haben. Ihm geht's jetzt gut. Yes, falls neue Leute reinkommen und sich fragen, wie es Chino geht, ihr dürft ihnen gerne sagen, Chino geht's jetzt besser. Chino hat gefressen, Chino hat sehr viel getrunken, was sehr gut ist. Wasser ist wichtiger als Essen. Ähm, und, äh, Chino liegt wieder, scheint sich wieder zu entspannen. Und das ist alles das Wichtigste. Ja. Mh. Wow, so. So, Streamplan raus, Leute, guckt her. Heute spielen wir das Spice Remake. Ba, 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 ba. Ich glaub, wir sind bei Kapitel 7. Ich weiß noch, wie ich mal gesagt hab, ich möchte gerne, mh, ich möchte gerne jeden Stream ein Kapitel schaffen. In letzter Zeit hat das nicht so gut funktioniert. Die Kapitel werden immer länger, hab ich das Gefühl. Scheiße. Aber wir haben letztes Mal in Dead Space einen, äh, Boss gemacht. So, also so richtig, so, so fast schon wie so ein Zelda-Boss hat sich das angefühlt. Das war sehr cool. Und, äh, ich glaub, wir machen jetzt mit Kapitel 7 oder 8 weiter. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Okay, ja. Was für Chino-Schmeckis oder ein Pat-Pat. Ich patte ihn gerne nach dem Streamen mal. Jetzt gerade pennt der. Der hat vorhin geträumt. Ähm, und der liegt so auf dem Rücken, müsst ihr euch vorstellen, mit dem Bauch nach oben. Und, und hat dann so, ähm, gezuckt mit den Pfötchen. Weil er wahrscheinlich irgendwas jagt oder so, im Traum. Ah! Ah! Das hier ist Dead Space Stream Nummer 7. Was, echt? Dann sind wir richtig gut in der Zeit. Echt jetzt? Dann sind wir richtig gut? Aragami, danke für deinen Subgift. Dankeschön. Danke für die Subgift. Danke für die Subgift. Ah, ich hab genug geredet. Wie geht's euch denn so? Wie geht's denn so? Waaah. Wie geht es euch denn so? Ich weiß nicht, was passiert ist. Äh, ich hab einen VOD-Channel. Da kannst du Streams nachgucken oder durchklicken, wie du möchtest. Ja. Pro Stunde ein Kapitel. Lol. Nein. Pro Stream ein Kapitel. Nicht pro Stunde. Wow. Chino hat von einem Bienennest geträumt. Ich so, ah, er träumt von der Jagd. Chino so, Hilfe! Ah! Oh! Oh! Ja! Dankeschön fürs Bad Bad. Dankeschön, dankeschön. Gefressen, satt, müde Katze pennt auf mir. Süß! Ey, das klingt cozy. Das klingt toll. Wow. Wow. Ich wollte zwei Kapitel pro Stream? Nein. Hä? Warum denn jetzt der Fail-Sound? Ich hab nicht gefailt. Ich war gut dabei. Hey! Was denn? Dankeschön für die 400 Billies. Dankeschön. Wirst du Tears of the Kingdom spielen? Klar doch. Ist schon lange geplant. Oh, wisst ihr, was ich jetzt machen muss? Mir ist gerade was eingefallen. Kennt ihr das, wenn euch random was einfällt? Das mach ich jetzt kurz. Gut, soweit. Ich mach mir nachher eine Pizza. Oh. Oh, so eine schöne Selbst zum Selbstbelegen. Chris, machst du Ananas auf deine Pizza? Ich hab jetzt was losgetreten. Ich, ähm... Mh, mh. Babam. Wow, ist das ein Ananas? Das ist ein Tool-G-Mode. Wie geil ist das denn? Ah, das Model ist jetzt auch auf dem Weg. Welches, was meinst du? Äh, was meinst du? Leute, ich will ja keine Werbung für meinen Patreon machen. Aber auf meinem Patreon gibt es jetzt, ähm, tatsächlich gerade exklusive Previews von meinem neuen Model, die man nur dort sehen kann. Oh! Yeah! Ja, ja, ähm, wollte ich nur so, ja, ja, wollte ich, wollte ich nur mal so eingestreut haben. Mhm, mhm, mhm. So, was ich eigentlich machen wollte? Ganz dünnes Eis. Also, wenn ich, darf ich euch trösten? Ich hab, äh, Pizza Hawaii schon richtig lang nicht mehr gegessen. Gar keinen Hunger mehr drauf gehabt. Aber es gab eine Zeit lang, da hab ich das sehr viel gegessen. Und ich mag's auch immer noch, theoretisch. Ähm, ähm, äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Auch gerade mit selbstgemachter Pizza. Oh, guten Appetit! Wir alle kennen nur eine Antwort. Nein, nein, das werde ich definitiv nicht tun. Hä? Was hast du gegen Ananas? Die hat auch Gefühle, die Anna. Mein Gott, der war schlecht, es tut mir leid. Der war richtig schlecht. Ah! Jeder Italiener würde, würde dich standrechtlich erschießen lassen. Oh, äh, äh, äh! Oh, ich war mal in, ähm, oh, wie heißt das, dieser Italiener hier, ähm, Losteria oder so? Hashtag not sponsored. Äh, ja, ich war da und die hatten so eine Schokopizza. Ich wollte das mal ausprobieren. Und dann habe ich die bestellt und der Kellner hat mich legit so angeguckt. Äh! Bist du sicher, dass du eine Schokopizza willst? Und ich dachte so... Hey, ich... Warum habt ihr das auf eurer Karte, wenn du das so eklig findest? Ich... Hey! Die Schokopizza war voll geil, so. Die war echt lecker. War halt wie, äh, bisschen so wie, halt, Krepp oder eine Waffel, nur dass es halt Pizzateig ist. Also harter Teig. Und dann halt schön mit Schogi und Früchten drauf. Ich fand das gut. Ah! Mh. Mh, 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 mh. Jeder soll the freak essen, was er will, ohne gejudged zu werden. Doch, doch, ein bisschen judging ist okay. Und hat in der Pizzaria nach Pizza Hawaii gefragt. Der Inhaber wollte ihn verprügeln und ans... Teuger, bitte was? Jetzt ehrlich? WT, hä? What the hell? Die ist gut, kann ich empfehlen. Ich fand die auch gut. Ja, aber wirklich, der, der, ähm, der Kellner wollte mich, glaube ich, auch umbringen. Also der war, der hat die, der hat mir die gebracht und quasi so, so auf den, auf den Tisch geschissen gefühlt. So richtig, her, hoffe, sie schmeckt. Und ich war so, sorry, es tut mir leid. Mh, ey, das war eine lustige Erfahrung. Ja, ähm. Sonst war der Kellner echt nett und so, aber der mochte echt gar nicht, dass ich diese Pizza, diese Schokopizza bestellt habe. Das fand der gar nicht gut. Oh man, so, hier mal, mal, da, da, da. So, ich musste kurz mal was retweeten, dass es zu dem heutigen Stream passt. Äh, nein, tut es natürlich nicht, aber das, äh, ja. Ah, was ist Patreon? Äh, wenn ich mein Patreon nochmal neu eröffne, mache ich so einen wundervollen, äh, Stream, wo ich auch mal ganz kurz euch meine Page zeige und alles erkläre in hoffentlich einer Kurzfassung. Aber im Prinzip ist Patreon einfach eine Seite, wo du, äh, Künstler unterstützen kannst und dafür eine Gegenleistung bekommst. Ähm, in den meisten Fällen zumindest. Oder die Chance hast, Gegenleistungen zu bekommen. Ähm, bei mir ist es größtenteils, äh, Behind-the-Scenes-Zeug. Haha. Benutzt du eine Schreibmaschine? Klingt ja schlimmer als Grüns-Tastatur. Finde ich lustig, dass du das auch sagst. Ähm, ja, ich kriege vielleicht, äh, ich kriege vielleicht bald eine neue Tastatur, beziehungsweise vielleicht frage ich bald Jan, ob er mir eine neue baut. Aber die ist, ich, es ist nicht so dringend und deswegen hatte ich noch nicht die Motivation. Ja. Jan, hilf mir mal! Haha. Da sagt Jan jetzt, ja, gib mir Geld, dann mach ich. Jan, retaku, dankeschön für 300 Bits, dankeschön. Was seid ihr bitte gewohnt, Leute? So laut ist die doch nicht. Doch ist sie, Lini. Die ist sehr laut. Jan will mich jedes Mal hauen, wenn er meine Tastatur hört. Also, und, ähm, wenn ich mit anderen im Voice bin, dann fragen die mich manchmal, ähm, ja, was mit mir falsch ist und mit meiner Tastatur. Ähm, ja, das ist, die ist halt wirklich extrem laut. Ja, ja, ja. Warum bauen? Ähm, weil Jan wirklich nice Tastaturen baut, die sehr hochwertig sind, die man zum Teil, also die man schwierig so im Internet bekommt. Vielleicht auf Etsy oder sowas, wenn jemand anderes sie gebaut hat für dich oder bauen, wenn du sie bauen lässt quasi. Aber es sind sehr, sehr hochwertige Tastaturen mit coolen, also ich will die vielleicht ein bisschen custom machen lassen und, weiß nicht, so fancy stuff wie meinen Namen da rein gravieren und, ja, keine Ahnung. Und dass sie super leise ist, will ich auf jeden Fall. Super leise. Und ich hab gesehen, es gibt so ne Keycap, da ist Eddy drauf. Ich zeig euch das. Die will ich auch da drauf haben, das sag ich Jan dann. Ich hab gesehen, es gibt ne Keycap mit Eddy drauf. Ähm, okay, ich find dieses Bild hier sehr lustig. Ich zeig euch das mal. Bitte. Oh mein Gott, das hier ist super. Das hier. Warte, 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 ich speicher das kurz. Hier, genau da, da, ich will so nen Eddy auf meiner Tastatur. Yeah. Ich will so nen kleinen Eddy auf meiner Escape-Taste. Oh nein, da, ich will das. Oh. Oh mein Gott. Mhm. Ich will den Patrick da im Hintergrund, der ist auch, der ist auch fancy, oder? Das stimmt. Der ist schon geil. Ja, okay, ähm, einmal weg mit dir, bitte. Pass auf Twitch auf. Hä? Daran ist doch nicht schlimm. Das, hä, das ist doch, hä, das war doch ne Figur. Hä? Das war doch ne Keycap. Hä? Was denn? Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Es gibt alles. Es gibt wirklich alles. Die sind vor allem so niedlich. Die sind so sü- WTF? Okay, ich nehm das zurück mit, die sind so niedlich. Ich hab was ganz Gruseliges gefunden. Aua, wer, wer, wer wirft mich mit Subs ab? Hä? Äh, warum jetzt der Kugelfisch? Ich fand, das war wunderschön. Oh nein, das ist ne WP-Grafik. Ich mach da nen Screenshot. Moment, ich zeig euch das. Eddie. Eddie. Ich muss gestehen, das find ich ein bisschen verstörend. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Tobi. Warum? So, der Flexus, dankeschön. 500 Bits, dankeschön. Danke. Warum hat der ein Saitama-Face? Warum nicht? Ritaku, warum der Kugelfisch? Hä? Vor allem, ich konnte den finden auf Cute Penis Keycaps. Das ist auf jeden Fall die süßeste Keycap, die ich je gesehen hab. Oh ja. Ich will kein Saitama-Hadi sehen. Du! Wofür braucht man das? Weil es... Weil es geil aussieht. Eddie, das ist großartig. Hallo? Musst du den dann stroken? Jaja, ich muss einmal so Papp-Papp machen. Okay, Leute. Ich hol mir einen kleinen Eddie. Ihr könnt dann bestimmt... Wenn ich das in Auftrag gegeben hab, könnt ihr in Jans Twitch-Streams gehen und ihm zugucken, wie er meine Tastatur baut. Das wird großartig. Der streamt das manchmal. Wie drückst du dann das Cape? Das ist doch voll umständlich. Naja, einmal auf Eddie draufdrücken halt. Hm. Die Keycap war riesig. Das stimmt. Aber süß. Aber der war doch süß. Also okay, der Saitama war ein bisschen creepy. Den fand ich auch nicht süß. Aber den davor fand ich niedlich. Ja. Sorry, wir... Ich weiß nicht, wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Wie sind wir von Pizza Hawaii auf Eddie-Keycaps? Was? Was ist... Was ist mein Leben? Das ist doch richtig hoch und angehoben. Es ist worth it! Worth it! Ich drücke eh nicht auf Escape. Also passt schon. Der sieht irgendwie falsch aus. Nein! Der ist cute! Oh! Akatsuki Jojo! Danke für zwei Monate! Danke für deinen Resub! Vielen lieben Dank! Fenria! Danke für 27 Monate! Danke schön! Das geht schon. Ja, wie Havok sagt, man kann sich an alles gewöhnen. Nachher muss ich vielleicht auch einfach nur noch so sein Beinchen drücken und dann drückt er sich so runter. Drück mein Bein! Drück mein Bein! Sagt Eddie dann auf der Escape-Taste. Was? Äh, ja. Ginger findet Eddie süß? Ja! Look at him! Look at him go! Hab ich Eddie hier noch? Ich hab keinen Psychoblick. Oh! Oh, das sind die Emotes! Hm. Ähm, ja. Okay. Ich mach die mal aus meinem Zwischenspeicher weg hier. Ich hatte die noch hier auf meinem OBS. Das war ein bisschen... Ich wollte gucken, was das ist. Holy shit, sind das große Augen. Oh yeah! Der Dackelblick ist real! Der süße Dackelblick. Ich gerne rauchen, um die Eddie-Tastatur zu verarbeiten. Richtig traumatisiert, Alter. So, Leute, seid ihr ready? Sollen wir mal anfangen jetzt mit, ähm, mit Dead Space? Ich will nämlich heute... Ich will das Kapitel schaffen. Wir müssen pro Stream ein Kapitel schaffen. Yeah! Ja! Hm. Bin ready. Yeah! Okay, dann fangen wir an. Ich fahr nur noch mal den PC runter. Äh, den... Den Schreibtisch. Wuhu! Wuhu! Oh. Das, ähm... Moment, ich. Wow, wie lange der einfach mein Tracking nicht verloren hat. Oh! Wui! Hallo! Nein! Nein! Jetzt haben wir doch noch eine Halb-Train. Scheiße, ich dachte, wir schaffen's voll. Ah! Wahrscheinlich reagiert nicht mal die Polizei mehr auf die Schreie. Die denken sich einfach, ach, Ginger ist wieder online. Bitte was? Was ist Dead Space? Ein tolles Horror-Game. Oh mein Gott, hier sind wir stehen geblieben. Aua, ich hasse alles. Vor allem ist das voll leise bei mir wieder. Oh Mann, ich muss alles laut drehen. Ich hasse es. Bluewood, danke für zwölf Monate! Ein Jahr schon mit dieser famegeilen Ziege. Puck! Hm. Ah. Ah, war alles Dead ist? Stimmt, in dem Frame sah es wirklich so aus. Warte, ich muss mal kurz... Ah! Nein! Wir hatten doch gerade den Hiketrain! Was soll das da? Hallo? Dankeschön auch dir für Zehn... Ich... Ich weiß nicht, was dieser Stream ist. Und es macht mir Angst. Achso, jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Ich wollte euch mal die Lautstärke wieder normal machen. Für mich passt es. So soll es passen, oder? Oh mein Gott. So, wir spielen Dead Space. Wir sind auf irgend so einem Raumschiff. Und wir wollen unsere Frau retten. Aber auch gleichzeitig das Raumschiff retten, glaube ich. Ähm, die Sache ist auf dem Raumschiff, ähm... Der Raumschiff ist befallen von, ähm, einer Krankheit oder... Ehm, einem, ähm... Ne, warte, das ist wahrscheinlich eine Krankheit, oder? Würde ich sagen, einer Mutation. Die dazu führt, dass, ähm, Menschen unsterblich werden, aber dann eben zu komischen, ähm, ja... Zombie-Aliens werden. Hier hängt einer. Wie sein Bein wackelt. Damn, he thick boy. Ähm, genau. Und, ähm... Der hier zum Beispiel, das ist... Der sieht noch sehr menschlich aus. Der könnte auch bald einer werden. Ja, und hier sind wir jetzt. Wir versuchen, ähm... Eigentlich versuchen wir doch nur, hier wieder wegzukommen, oder? Was ist unser Ziel, so overall? Ihhh! Oh, da klebt irgendwas an mir. Lass mich los. Lass mich gehen. Bah! Ihhh! Oh, geh weg. Geh einfach. Oh! Oh, nice. Jetzt ist er zerstückelt. Jetzt ärgert er mich nicht mehr. Puh. Ach so, zeig Puls. Okay, ja, den Puls kann ich euch auch zeigen. Ich hab den ja extra... Na, hab extra angeschlossen, mein Scheiß. Lecker! Ja! Kleiner Tipp, zertrampel die Leichen, dann werden die nicht so negros. Echt jetzt? Ich mach das jetzt immer. Ich zertrampel alles. Ich mach jetzt Tomatensauce. Dark Link, danke für 19 Monate. Dankeschön! Boah, das ist ein bisschen eklig, weil ich grad esse. Na ja, gut, wir spielen ein Horrorspiel. Was hast du erwartet? So, eine Bank ist hier. Kann ich das Ding bewegen? Ihhh! Was bist du denn? Dem geht's nicht mehr so gut. Dead Space. Auch bekannt als der Trampelsimulator. Ist halt auch wirklich so. Moin, Ginger! Und den im Ziegenstall... Was? Den im Ziegenstall-Chad? Der Ziegenstall-Chad? So, wir müssen bestimmt da runter, oder? Ne. Hä? Was? Was stand da? Finden den Admin-Rig? I don't freaking know. Oh, mein Puls ist jetzt, by the way, oben zu sehen. Jetzt könnt ihr meinen Puls sehen. Ich stap... Was? Ich laufe stapfend wie ein Weihnachtsmann? Warum... Warum stapft ein Weihnachtsmann? Ah! Nicht bei Ginger essen, ne? Das hat schon mal jemand gesagt, dass meine Streams immer sehr unabhängig sind. Kann ich mitleben. Ist okay. Ist in Ordnung. Warum ist der Zoom auf meiner Stirn? Damn, I'm smart, bro. Okay. Hätten mir das Stirn any percent five hat. Ich dachte gerade so, warum? Nein! Da kannste... Da kannste... War doch schon... Das war letztes Mal schon so viel. Hör auf! Ich kriege Angst. Ich muss dieses Spiel ausmachen. Wir müssen ganz schnell weiterspielen. Ich habe Angst. Hier sind ein paar Credits. Dich zertrampel ich. Mein Lieschen. Oh, mein Gott. Und hier kann ich noch was kaufen. Dankeschön, Rap-Braut. Dankeschön für zwei Monate. Dankeschön. Ah! Und Bratfisch-Gang. Danke für vier Monate. Danke für eure Resubs. Hallo. Vielen, vielen lieben Dank. So, wir müssen da hoch. Aber was ist denn? Hm. Ne, ne, dann gehen wir. Dann gehen wir. La, la, la. Was ist hier noch? Was können... Können wir hier noch was kaufen oder so? Oh, damn. Wir haben ja richtig... Wir haben ja sogar... Wir haben sogar Platz im Inventar. Okay, ganz ehrlich. Wir brauchen auf jeden Fall einen kleinen... Eine kleine Heilung. So, das wollte ich sagen. Wir haben 25 plus 25 sind 50, sind 75 Muni haben wir. Und... Und... Warte mal, haben wir drei Munitionen davon? Drei Stück? Drei? Drei? Drei. Sparku! Ich hab gerade... Ich hab gerade gerechnet. Ich war am Tinken. Manchmal denke ich auch. Also nicht oft. Es gibt aber so Momente, da denke ich doch schon mal ein bisschen. Was ist das für ein Stripper an deinem Horn? Hey! Das... Das ist schön. Das ist ein kleines süßes Bändchen. Das sieht hübsch aus. I like it. Ja. Warum trägst du Kleidung? Oder irgendwas, was dich irgendwie hübsch machen lässt. Dann können sie auch einfach nackt sein. Ich trage Kleidung. Okay, ich hinterfrag das mal nicht weiter. Ist in Ordnung. Äh, ü, r, m, m. Warte, sind das immer nur drei? Ach, ganz ehrlich, ich kaufe die nicht. Das reicht. Ich glaub, wir haben genug. Warum hast du zwei verschiedene Augenfarben? Wie wurdest du geboren? Ich kann nix dafür. Ach, müssen wir jetzt zurück? Ich will aber nicht zurück. Och, Mann. Das wird jetzt stressig. Ich sag's euch. Das wird stressig jetzt. Hallo? Ich will nicht, dass du mich angreifst. Kann ich dich nochmal zerteilen? Dein Magen muss aufplatzen. Okay, der will nicht platzen. Ist okay. Ähm. Du bist in nem Leichensack. Stirb! Ich hab den Ventilator-Schacht aufgetreten. What the fuck? Was? Ich... Nein! Jetzt habt ihr Ginger was gezeigt. Ich bin bereit für Stampf-Content. Stumpy Stump. Stumpy Wump. Oh, da hinten steht Stirb. Damn. Sollte ich jetzt sterben? Liebe Jinja und liebe Chad. Ich muss gleich zum Dänen in die Osternacht. Deshalb wünsche ich euch noch einen schönen Abend und viel Spaß bei Gruseln. Jinja-Bartie, Jinja-Pok. Ja! Extreme Bilder. Viel Spaß in der Osternacht. Osternacht! Viel Spaß dir. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was man da macht, aber ich wünsche dir viel Spaß. Und ja. Ja! Ja! Schön, dass du dabei warst. Man sieht sich hoffentlich in anderen Streams. Maybe. Oh, ich hab mich geheilt. Das wollte ich vielleicht... Oh, ich hab... Noch mehr... Ich wollte eigentlich nur gucken, wo ich lang muss. Okay! Like a monkey. Wie ging dieses Lied nochmal? Dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Ernst, Maki, hieß es sogar. Ah, schlucken! Ah. Und nun ist es in deinem Kopf. Ähm. Die Sache ist, das hatte von mir mal ein Zimmernachbar als Wecker. Und der hatte diesen Wecker so laut, ich hab das gehört. Ich bin jeden Morgen zu diesem Lied wach geworden. Für ein halbes Jahr oder so. Das Lied lebt, also das hat eine Zeit lang einfach in mir gelebt und ich weiß nicht, wie ich mich darüber gefühlt habe. Es ist kein schlechtes Lied, auf jeden Fall nicht. Aber weiß ich nicht, ob ich das so oft gebraucht habe. Ah, ich muss einfach hoch. Okay. Ah, das ist dieser Elevator, ich erinnere mich. Okay, ich muss wieder ins Spiel reinkommen. Hier waren wir doch ja auch schon längst, so. Oh, ich muss gleich wiggeln! Ich versuch's gleich. Moment. Meine ganze Klasse hast du das Lied. Weil man das so, weil es so oft im Radio lief, ne? Wahrscheinlich. Wach werden und mitweiben. Nee, du. Ich mag Wecker mit einer Melodie. Also mit so einer krassen, einprägsamen Melodie gar nicht. Weil man dann anfängt, das Lied zu hassen. Ich mag das nicht. Oh, nee. Oh, nee. Was auch immer hier ist, ich weiß nicht. Hallo, Angel. Hallo. Ja, weißt du? Ah! Zu viel kam. Okay, ich sehe, ich sehe. Ich bin ein Wiggeln! Wiggeln! Das Darling in the Franks opening als Wecker. Wie niemand Ich singe nicht mehr und streamen. Ich mach einfach gar nichts mehr. Never. Nein. Gar nicht. Ich hasse euch. Es funktioniert immer wieder. Ich... Es funktioniert immer wieder. Ah! Jetzt hat der mich erschrocken, der Bastard! Oh, ist der leise. Es dauert noch bis zum nächsten Startfenster. Aber ich glaube, es ist das Risiko wert. Er ist Arzt. Marissa. Heißt der Wur. Marissa. Hier ist die Zeit. Für eine gute Nachricht. Hä? Ich bin ich. Bitte. Seid vorsichtig, ja. Erschießt er sich jetzt? Was macht er? Hä? Hä? Ich hab die Nachricht nicht verstanden. Oh, ich bin negativ. Hallo! Rück mir! Sing mehr davon. Ich weiß meine Lyrics nicht mehr, die ich vor Ewigkeiten geschrieben hab zu dem Lied. Hä? Ja, ernsthaft? Hä? Hast du schon mal Phasmophobia gespielt? Ähm, ja. Öfter. Nicht on Stream, though. Ich find das... Ich find das Spiel maximal langweilig für den Stream. Maximal. Und auch so an sich ist das jetzt einfach nicht so mein Fave-Game. Weil... Ich mag keine Horror-Koop-Games. I just don't like them. Also, nicht für den Horror-Aspekt zumindest. Ich mag das bei Daylight. I mean, so an sich. Aber das spielt man ja auch nicht unbedingt für den Horror-Aspekt. Das hat ja nur diesen... Den Horror-Vibe quasi. Soll ich den Block mitnehmen? Ich nehm mein Rädchen mit. Kam der Wiggle? Yes, der Wiggle kam. Aber Madison dürfte ich gespielt haben. Oh, nö. Jetzt greif mich an. Hallo erstmal, wie lange hast du schon rote Haare? Vielleicht eine Minute. Oh, nö. Wie süß. Das war von damit sogar. Oh. 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 Ich weiß ja, wenn noch einer kommt, dann bewerb ich. Du wichst noch! Du Wichser! Wichs! Ich hasse euch. Dark Hunter, nein. Ich. Oh. Der hat mich auch ein bisschen, der hat auch ein bisschen geschallert. Mann. Ich bin kein Zihuahua. Ich hasse es. Es wird auch nie aufhören. Ich habe mir das so angewöhnt. Ich hasse mich dafür. Ich kann hier speichern. Bitte lass mich speichern. Oh mein Gott. Oh. Für die Dicks tut es mir jetzt fast leid. Aber bitte sing weiter in deinen Streams. Ich, ähm. Ja, mache ich. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt und nicht das Lied. Ich weiß meinen Text nicht mehr. Ich fühle mich jetzt nicht nach Singen. Wann hast du dir das Bellen angewöhnt? Das war von ganz alleine. Das kommt einfach. Oh mein Gott. Ich habe. Fuck. Ich glaube, da stehen Nachbarn auf dem Balkon, als ich gebellt habe. Fuck. Oh mein Gott. Entschuldigung. Ach, ich hasse alles. Mann. So, normalerweise fängt man sich nicht an, das Bellen anzugewöhnen. Frag mich doch nicht. Ich bin eine Ziege. Ich mache das toll. Wir reden nicht darüber. Ich habe, ich habe meinen Rollo eigentlich hoch, aber man. Ja, ich. Ist okay. Ist in Ordnung. Beware traps ahead. Er hat die Monster ja nicht aufgehalten. Ich. Da, Kanter. Dankeschön für den Kugelfisch. Immer wieder ein Abenteuer mit euch. Ja. Ich habe euch gern. Oder so. Warum fällt da einfach eine Stange runter? Hm. Naja. Oh mein Gott. Damit, nein. Nein. Hä? Wusstet ihr nicht, dass Ziegen bellen? Hä? Oh mein Gott. Das wird wahrscheinlich die nächste Meta. Ach Mann, ey. Das ist... Oh mein Gott, Alter. Rat König. Alter, du hast doch jetzt auch schon genug. Ist doch ein... Lass mich doch bitte einfach spielen. Ich hasse alles. Ich hasse es auch, dass ich mich jedes Mal verschrecke vor der Scheiße. Hier, hau ihn kaputt. Mach ihn tot. Hack Fleisch aus ihm. So. Oh mein Gott, Alter. Meine Güte. Gerade sitzen. Okay, mach ich. Ich hab dir noch vertraut, dass du zum Spiel das Fenster zumachst. Es war so schön luftig. Es wird immer so warm und stickig. Sonst. Sailor Sarah schreibt, ich liebe dich. Ähm. Ich dich aber nicht. Sorry, bud. I don't know you. Sorry. Aber schön, dass du hier bist. Freut mich. I'm sorry. Wie geht's der Katze? Katze. Yes, Chino geht's besser heute. Ich bin nicht so wie Mercer. Ich will sie retten. Der Marker ist unsere einzige Hoffnung. Nein, lassen Sie ihn gehen. Erst mal was. Der ist der Sicherheitsdienst. Was? Der Marker ist die einzige Hoffnung. Aber was ist mit den Codes? Was ist mit den Codes? Oh mein Gott, warum? Einziger oder Gouden. Momonga. Dankeschön für 300 Bits. Danke für deinen Pups. Vielen lieben Dank. Hat mich sehr gefreut. Absolut großartig. Super. Ich dachte, Ginger liebt alle Lebewesen. Nein, Ginger. Nein. Einfach nicht. Ich will nicht. Ich will doch nur dieses Spiel spielen. Leute, in diesem Tempo kriegen wir das Spiel, kriegen wir das Kapitel nicht. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss schlachten. Ich muss, hier, gib mir was zum Pieksen. Ich muss, ich, da kann da, warum? Alter, das war gestern schon alles so schlimm mit euch. Oh mein Gott. Oh Mann. Ich erschrecke mich auch. Ich hasse euch so sehr. Warum seid ihr so? Ich finde euch. Ich mache euch Platz. Oh mein Gott. Der hat, also... Oh mein... Wir lieben dich auch. Oh mein Gott, Dark Hunter, ist alles gut bei dir? Ich habe, glaube ich, noch keine Nachricht von dir gelesen, ob, ob, ob alles, ob das okay ist, ob ich, ich, Junge. Komm doch! Oh, ein anderes Tank für 50, äh, 500 Binnis. Let the farts beginn. Who let the farts out? Scheiße, upsie. Bist du tot? Oh. Okay, das war gut. So, wo müssen wir denn hin? Das sind Fahrstühle. Wir müssen wahrscheinlich da hinten hin. Okay. Ah. Darunter? Okay, darunter. Auch Ginger, ich habe euch gern... Äh, Ginger, ich habe euch gern. Auch Ginger, ich hasse euch. Nein, ich hasse euch nur. Ich habe euch nicht gern. Wer hat das gesagt? Wann habe ich das gesagt? Ah. 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 Ich... Alter, da kann das... Ich... Bist du so erkäuflich wie Finn? Nein. Nein, bin ich nicht. Warum sind da Stacheln? Oder was ist das hier? Wer hat das designt? Oh. Leute, danke schön. Für all euren Support. Ihr seid insane. Ich spiele dieses Spiel gerade seit 10 Minuten oder so. Oh Gott, es kommt doch gleich. Oh mein Gott, erschreckt mich doch nicht so. Ich habe seinen Kopf abgehauen. Warum ist er nicht sterben? Was nehme ich denn den Menschen damit? Nein, hier sind die kleinen Viecher. Hä? Ist er vom Feuerlöscher gestorben? Hä? Oh, ich habe gebrannt. Es war nicht so gut. Der ist wirklich vom Feuerlöscher gestorben. Wie bitte? Snowy Mountain, schön, dass du dabei warst. Und einen schönen Abend wünsche ich dir noch. Klingt eher nach einem Schimpansen. Könnt ihr bitte aufhören? Mich, mich, mich. Mich als irgendein anderes Lebewesen. Als... Aber, aber, nee! Aber, nee! Lol, habt ihr gesehen, wie der gegen seinen Kopf geprallt ist? Hier, oh Gott. Das war ja mega sick, oder? Wow! Das war geplant. Das war geplant. Das war geplant. Das habe ich alles vorhergesehen. Als würde man einen Affen ärgern, bis er schreit. Junge, sei leise! Danke schön! Ich heiße, ich heiße. Sanko Music, danke schön. Danke schön, Sanko Music. Wow, danke schön. Für 57 Bits, danke schön. Noch eine Oktave hören. Du könntest als Quietscheente durchkommen. Hm, was? Okay, darüber reden wir nicht. Ich hoffe, ähm... Ich habe mein Fenster jetzt ja zu. Ich muss meinen Nachbarn nichts mehr erklären. Das war's. Tee-Kessel? Das war ein Teekocher. Ich habe... Deine Rage nach oben. Der Nachbar. Nee, nee, der hört mich nicht mehr. Also, die Fenster sind wirklich gut zu. Da hört man nichts mehr. Kann ich dich für meine Entensammlung kaufen? Mein Gott, ich bin nicht käuflich. Haben wir doch gerade geklärt. Hey, 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 hey. Rip-Earphone-Users. Gerne quiets ich in eure Ohren. Gerne bin ich dein Quietscheentchen. Oh mein Gott. Wie viele Gläser sind jetzt geplatzt? Geht das eigentlich echt? Dass man nur mit Stimme Gläser platzen kann? Hm. Die Stimme ist nach oben hin stupidly fake. Ja, das stimmt. Das stimmt. Äh, ja. Also, das Quietschen war... Also, meine Stimme war zu leise dafür. Das stimmt wahrscheinlich. Aber... Ich nehme mal an, das muss so eine gewisse Lautstärke haben und eine Range nach oben. Wenn man die richtige Frequenz trifft. Oh. Bei der richtigen Frequenz. Aber hat... Jeder Mensch hat doch eine andere Frequenz. Und jede Ziege. Das heißt, gibt es nicht vielleicht auch einfach Menschen, die das gar nicht können? Auch einfach so, weil sie diese Frequenz nie treffen können? Oder kann man das wirklich trainieren? Ich weiß es gar nicht. Es hilft auch, wenn das Glas dabei runterfällt. Oh ja. Ja, das stimmt natürlich. Was ist das? Unterschall, nicht Ultraschall. Ich wollte gerade sagen, was wollen die denn mit Ultraschall jetzt? So, dann kann ich das hier nochmal kaufen, ne? Und das hier, weil ich habe keine Muni mehr. Papp, 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 papp. Danke fürs Pappas. Dankeschön. Danke fürs Pappas. Alle jetzt am quietschen? Zum Glück muss ich euch nicht hören. Oder was? Quietscht ihr jetzt? Er sitzt gerade vorm Bildschirm und quietscht. Macht mal nicht. Also könnt ihr ruhig machen, aber passt auf, dass ihr keine Halsschmerzen kriegt. Mh. Doch. Sparkle, warum schickst du ein Lunis Hass? Hast du etwa gerade gequietscht vor deinem Bildschirm? Was soll das? Ich kenne ein Lied. Ich kenne ein Lied. Ich kenne ein Lied und das nervt alle. Ich kenne ein Lied. Ich kenne ein Lied. Ich kenne ein Lied und... Oh. Aber jemand hat die Sicherungssysteme ausgelöst. Die Tür des Kontrollraums geht erst wieder auf, wenn die Schwerkraft wiederhergestellt ist. Und das ist nicht möglich, solange überall Trümmer sind. Wenigstens funktioniert der Verarbeitungsstrahl noch. Warte. Ich habe gerade irgendwie nicht so ganz darauf geachtet, was er gesagt hat. Ich kenne ein Lied. Aber zwingend. Zwingend. The Phil. Phil. Hallo. Heu. 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 So. What the hell? Ich komm' nicht hol'n ja, komm' nicht hol'n ja Ah, oh mein Gott, was ist denn los, Dark Hunter? Warum? Was passiert hier? Dankeschön für 5.000 Pommes. Warum denn? Wieso? Den Song hast du gerade gehört? Ach, was ein Zufall. Was denn? Meine Mama hat mich gerade gefragt, was hier so rumquietscht. Dann hast du erfolgreich gequietscht. Oh, frickin' Hell. Ich glaub', dann sollte ich die Waffe wechseln, wenn ich hier kaum noch Money hab. Money! Oh mein Gott, ey. Der echte Jack the Ripper. Dankeschön für 1.000 Pettys. Was? Ich muss weiterspielen. Ihr setzt mich unter Druck. Was wollt ihr von mir? Was wollt ihr? Warum? Why are you supporting me so much? I don't do anything! Sorry, was ich meine. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Wen kann ich mit diesem explosiven Material erschlagen? Was ist jetzt meine Aufgabe? Kann ich das kaputt machen? Unbefriedigend. Nein, kann ich nicht. Wir starren nur. Oh Mann, ey. Starcam-Mode. Was soll ich machen? Meine beste Freundin schaut sich den gleichen Stream gleich neben mir an. Alter Pock. Ähm, hallo. Na? Töte mal den, der da rumfliegt. Also der ist schon tot, aber... Hä? Hallo, geht es dir gut? Was passiert, wenn ich dich da reinwerf? Wiiiih! Guck ihn dir an. Sadaharu! Dankeschön für 3 Monate. Dankeschön. Haben sie Hacksteak? Ne, hab ich nicht. Hab ich nicht. Das kann, dass der Puls grad schon seit 10 Minuten oder so tot rumdümpelt. Wollen wir das weiter abwarten? Ich hab grad eben schon gerestartet, aber es passiert nichts. Ich kann dann leider... Ich kann leider nichts mehr machen dann. Ähm, ja. Flieg mal da rein. Junge, ich hab doch gerade gesehen, dass der... dass der andere das nicht so überlebt hat. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Hä? Ich glaube nicht, dass ich das machen sollte. Kann nicht wieder hergestellt werden. Feuerfunktion. Achso, aber was muss ich denn dann machen? Oh! Oh! Musste ich das machen? War das richtig? Muss ich die hier weg... wegschießen? Oh! Oh! Okay, das ging nicht. Wieiii! Hallo! Hä? Jetzt fliegt er rein! Gott dammit! Oh shit! Erstmal gib mir deine Inhalte. Und dann... Rein da in die gute Stube! Puiii! Anomalie zerstört! Geh nicht ins Licht! Doch, wir machen das jetzt. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Where is it? Ha, ha, ha! Hä? Da fliegt legit ein... Ein... Rockener auf dich zu! Are you freaking nuts? Ha, 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 ha! Da sind zwei von denen. Ach, das gibt es nicht! Der macht mich tot! Nooo! Ach, da ist so ein kleiner Wichser, oder? Da! Du bist das! Und hier ist noch so ein kleiner! Da! Got you! Die sind die Schlimmen! Hä? Wo, 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 wo? Wo? Alter! Die wollen doch nur spielen! Mhhh! Das sehe ich anders! Babyangriff! Ich hasse die! Die machen mich aggressiv! Oh, oh, oh! Kann ich hier noch was getten? Oh yeah! Paar Credits! Oh! Meine Güte! Musst du immer alles töten? Ja! Oh Gott! Oh Gott! Ah! Oh! Oh! Hackgeschoss! Danke für neun Monate! Dankeschön! Vielen lieben Dank! Ich weiß nicht warum, aber ich mag dein goldgelbes Auge lieber! Ahhhh! Nicht schon wieder Leute, die sagen, sie mögen ein Auge lieber als das andere! Geh mit den Nachbarskindern spielen! Die Nachbarskinder! Hey! Hä? Ich bin ganz normal! Ich weiß gar nicht, was ihr habt! Okay, wir spielen! Wir fliegen jetzt doch ins Licht! Okay, irgendwie hab ich... Oh, ähm... Ahhhh! Versuch drei, ob du meinen Namen richtig aussprechen kannst, Jane! Jane Fluffy! Hä? Dankeschön für 100 Bits! Dankeschön! Ja Leute, es hat irgendwie nicht das... Hm... Schwere Losigkeit aktiviert! Der Admin Rig sollte im Verarbeitungskontrollraum sein, aber jemand hat die Sicherungssysteme aufgelöst! Die Tür des Kontrollraums geht erst wieder auf, weil die Schwerkraft wiederhergestellt ist! Und das ist nicht möglich, solange überall Trümmer sind! Okay, ich muss die Trümmer zerstören! Das ist tatsächlich meine... Kann ich jetzt bitte den Schneider? Dankeschön! Ich muss tatsächlich hier aufräumen! Ja, endlich! Ja, seid ihr jetzt glücklich! Das hab ich mir irgendwie spannender vorgestellt! Was habt ihr... Was habt ihr denn gedacht, was passiert? Du hast es geschafft! Weeee! Weeeee! 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 Was ist dieses Timing?! Weeeee! Weeeee! Scheiße, der war zu gut! Alter, was war das jetzt für Timing?! Das gibt es nicht! Weeeee! 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 da sieht einfach oh mein gott perfekt leute das liebe ich an sound alerts also erst mal liebe ich dass man so viele verschiedene sachen machen kann und dann mal so durch wechseln und stoff und ist so einfach ist zu wechseln und stoff zu machen damit stoff stoff und dann hasse ich die sound alerts zum beispiel jetzt jetzt hasse ich also das sind so die momente da will ich einfach nicht mehr womit streamst du ob es ich weiß nicht was in letzter zeit mit mir los ist dass ich manchmal einfach deine mutter antworten das ist voll unhöflich wo kommen denn jetzt die viecher die sind nicht da ja du liebst sound alerts ja richtig absolut was habt ihr mit euren dicks ich erschrecke mich von dem scheiß sound dauernd also okay ich halte fest vielleicht muss ich erst mal das ding zerstören und dann sind die gescriptet und kommen ja okay i was right wo sind die denn oh upsie scheiße fuck nein dass du unhöflich bist wissen wir du bist halt eine bergziege die gelten dich als nett hey was soll das denn bergziegen sind großartig ich bin stolz es tut mir leid hast du fein gemacht hey das muss man erst mal schaffen ich hab ich hab war zu mit einem armen strahlen der hat mich als eingeschwein geleinigt hat er gemacht mit mir bergziegen sind großartig seit wann seid immer seit immer new new is by new is by dankeschön new is by Du bist hier in der Helle Hier für dich, Ginger MG, Soldat Dankeschön Vielen lieben Dank Für die Blumen Ich hab ihn direkt Zerstört Die Großen interessieren mich nicht Viel wichtiger sind die kleinen Wichser Viel wichtiger sind die kleinen Wichser Where are they? Oh, ich mach so viel Damage mit dem Scheiß Die sind einfach mit einem Hit tot Hab ich das richtig gesehen? What the hell? Holy shit Oh, die Orientierung hier zu behalten Das ist ekelhaft Anomalie Zerstört So, okay Okay, wir machen das jetzt Jetzt sterbe ich nicht mehr Oh, ich bin wieder normal Hallo Ihr mögt mich doch normal viel lieber, oder? 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 Ich werde nicht irgendwann durch Negativ Ginger ersetzt, oder? Ihr mögt mich doch, oder? Oder? Okay, das nehme ich mal als Ja Ich werte das als Ja, wenn das okay ist Danke, Aluvra Danke fürs Patpat Vielleicht Vielleicht, huh Kurz funktioniert wieder Yes Der hat vorhin auch kurz wieder funktioniert Kurz wieder Okay, der zerplatzt nicht, wenn man ihn wegwirft Hätte ja sein können Anomalie Zerstört Kommen jetzt noch mehr Bubis, oder war es das jetzt? Ginger ist besser als Ginger Okay, danke Das freut mich zu hören Alle freischlebenden Anomalien zerstört Schwerkraft kann jetzt wieder hergestellt werden Kommt jetzt noch was, was mich tot machen will? Warte, war das Panel nicht auf der anderen Seite? Da ist ja noch Da ist ja noch was für mich Hallo, das will ich sammeln Wow, Plasma-Katamonie Bubis Okay, Neo, warum? Why? Neo Natürlich Wann bist du mein nochmal? Hey, das klingt jetzt schon fast wie Als, als, als wäre es nicht, nicht nice sonst mit mir Hä? Hallo? Schwerkraft-Steuerung Schwerkraft-Deaktivieren Jetzt werde ich doch bestimmt gefistet von Hinz und Kunst, oder? Hinz und Kunst Die kleinen Wichser sind Babys Auch menschliche A. Schreien B. Spucken C. Greifen grundlos die Guten an Ginger plant nicht Mama zu werden, oder? Mein Warum da ist einfach legit einfach irgendwie so ein Dude gespawnt? Oh, was? Was? Are you fucking kidding me? Nein, das ist doch eine scheiß Stelle Ich hasse dieses Game Willst du mein Faschen? 芸 Make Ha 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 Wie? Alter, ich habe mich so viel erschrocken und so viel geschrien. Das hat echt wehgetan. Oh, das war nicht gut. Alter. Oh mein Gott. Oh, Alter. Also wirklich, das war wirklich nicht gut. Du klingst wie ein Hund, wenn ich ihm aus Versehen auf den Schwanz trete. Typischer Dinger-Stream. Hey. Day of Dankeschön für drei Monate auf Tier 2, danke. Ich muss mal ganz kurz, ich rede jetzt mal ein bisschen langweiliger, also ein bisschen angenehmer quasi für mich. Weil, Alter, habe ich die Stimme gerade verpfeffert. Holy shit, Alter. Das hat ja nichts mit den Bällen zu tun. Ich habe auch gerade andere, ich habe mich einfach so erschrocken, dass ich das falsch gemacht habe. Das hat nicht nur dir wehgetan. Ich wische mir das Blut mal aus meinen Ohren. So schlimm. Ich habe auch sämtliche Knöpfe gemissklickt, ne? WTH. Junge. Holy shit. Wir laufen mal lang und looten. Oh. Bei dir klingt das mit der Stimme wie so ein Akku? Hä? Was für ein Akku? Bitte was? Hä? Alter, was war das für ein Kackraum? Hier war ja alles und seine Mutter. For real jetzt. Okay, das ist der Punkt, wo ich lieber Kopfhörer aufsetze. Mach mal lieber, ey. Holy shit. Ein Akku, den man rechargen muss. Ach so, aber jede Stimme funktioniert so. Ähm. Wenn du deine Stimme überansprucht hast, normalerweise, dann machst du doch auch, also dann schonst du doch auch deine Stimme, indem du einmal kurz, indem du mal einfach ein bisschen die Klappe hältst. Das ist ganz normal. Das is how it works. Ginger, wie geht's dir? Mir geht's super. Ich hab nur grad einfach meine Kehle aus mir rausgeschrien. Ich flüstere einfach. Oh, bitte nicht flüstern. Flüstern ist noch viel anstrengender. Als, ähm, normal reden. Weil du quasi mit viel mehr Druck viel weniger Stimme aus dir raus, ähm, holst. Natürlich ist Flüstern, glaub ich, ein bisschen besser als Schreien. Aber normal redend wird's dann auch. Angenehm. Wie es für dich angenehm ist, Reden. Kannst ja auch leise schreien. Ah. Oh. Leute, ich hab, ich hab wirklich Angst. Ich war wirklich gestresst gerade. Ich glaube, hängt mein Puls jetzt bei 69? Würde ich mich verarschen? Was soll das? Hm. Heiser war ich noch nie. Ähm. Ja, das ist doch gut. Das ist doch nice. Ich bin normalerweise auch nicht heiser von meinen Streams. Aber ich muss ja mal ganz kurz, das war gerade schon ein bisschen heftig, ey. Alter. Boah. Letzter Eintrag. Ich hab dafür gesorgt, dass sie dieses Unterdeck nicht verlassen können. Aber das gilt auch für mich. Oh. Hat sich geopfert. Ich habe gesehen, was sie tun. Mit den Leichen. Was aus ihnen wird. Das wird mir nicht passieren. Wenn ich keine Gliedmaßen mehr habe, kann ich niemanden töten, wenn ich infiziert bin. Oh Gott. Der schießt sich gerade die... Warum musste er die Audioaufnahme noch laufen lassen? Komm schon. Komm schon. Einmal noch. Komm schon. Nur noch einmal. Sappe, sappe. Sappe, sappe. Ein großer Sappe. Giga, sappe. Gut, dass wir die Stimmung ein bisschen gelockert haben, nachdem er sich gerade seine Gliedmaßen abgeschossen hat in der Audioaufnahme. Scheiße. Toastie Pie. Toastie Pie. Oh mein Gott, alter Domme. Dankeschön. Ein salziges Dankeschön kriegst du von mir. Was soll das? Hallo? Beruhigen Sie sich. Bitte beruhigen Sie sich. Danke für 400 Bits. Dankeschön. Hast du mein gerade Sitzen bekommen? Oh, wenn ja, dann ist das schon länger her. Vor vier Minuten kann es sein, dass es gerade so noch in dem Stress drin war. Oh, ich mache das kurz. Gerade Sitzen. Oh, Toastie Boy, danke schön für fünf Monate. Und dann für dein Tier 3 Resort. Dankeschön. Dankeschön. Oh. Was ein Rücksichtsloser. Hoffentlich ist er wirklich tot. Wieso rücksichtslos? Er sagt einfach. Hey, wir werden alle sterben. Deswegen habe ich dafür gesorgt, dass hier niemand rauskommt, was ja gut ist. Und da ich auch sterben werde, schieße ich mir schon mal meine ganzen Gliedmaßen ab, weil dann kann ich später keinen töten. Das ist einfach ein richtiger Held, der Dude. Oder habe ich da was falsch verstanden? So klang das halt gerade. Oh, Alter, ey. Hallo, ich bin zurück. Hallo. Toastie Boy. Was? Zwei Stufe drei Abo? Warum? Dankeschön. Dankeschön. Was ist heute los, dieser Stream? Ich weiß nicht, was... Leute, warum? Wieso? Was mache ich denn? Ich spiele doch nur dieses Game. Ich leide. Ich habe Stress. Ich hasse alles. Warum nicht? Toastie, nein! Toastie, ich weiß nicht warum. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein Marketing-Opfer. Aber wenn ich deinen Namen höre, kriege ich richtig Bock auf Nuggies. Oh mein Gott, warum? Nein, jetzt bitte fallen nichts auf mich drauf. Kein Monster, das auf mich drauf fällt. Kann ich nicht hier speichern irgendwo? Kommen wir heute auf die 3000? Nein, 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 nein. We don't need it. Wir haben den 8. April. Morgen ist Ostersundtag. Wir haben den ganzen Monat Zeit. Okay. Ich habe Money gefunden für den hier. Ja, ich benutze den wieder. Bezahlung fürs Leiden. Okay, das akzeptiere ich. So teilweise. Hä? Hä? Hä, da kam nichts. Oh, ich bin wieder hier. Oh. Was ist dieser Hyperbeam-Sound? Ja, jetzt gerade ist das Licht ausgegangen, aber ich habe es so. Sei doch froh, dass da nichts kam. Dieses Spiel spielt mit meinen Nerven. Als ob da jetzt nicht noch irgendwie ein Monster rausgekrochen kam. Das war doch ekelhaft. Sakura, danke schön für drei Monate. Danke schön. Und ich soll mal schlucken, das mache ich gleich. Der Hatzefer, danke schön für 21 Monate, danke schön. Heute mal mit roten Haaren steht dir gut. Danke schön. Ich bin heute Negativ-Cinja. Also nicht nur heute. Mit Kanalpunkten kann man mich zu Negativ-Cinja machen. Du hast noch Nerven? Respekt. Wenn meine Nerven so wegätzen wie meine Stimmbänder, wenn ich schreie, dann habe ich bald keine Nerven mehr. Wegen dem Spiel habe ich Vertrauensprobleme. Ja, genau. Wegen dem Spiel vertraue ich niemandem mehr. Ich will nur noch meine Nuggies. Ich habe Nuggies gekauft, Leute. Ich könnte heute Nuggies essen. Jetzt kriege ich Hunger von Nuggies. Nuggies. So, ich schlupke an. Du siehst mit roten Haaren besser aus. Diese Meinung akzeptiere ich hier nicht. Diese Meinung akzeptiere ich nicht. Nicht in meinem Stream. Soll ich dir welche abgeben? Ich esse gerade. Du hast gerade Nuggies. Wisst ihr, was ich da machen kann? Den hier. Kann ich? Kann ich bitte? Ein Nuggie? Ein Nuggie, bitte. Ich habe so Hunger. Ein Nuggie, bitte. Sorry, sorry. Au, okay, den habe ich verdient. Ah, tja, ja. Hello, Sam. Dankeschön für 22 Monate. Dankeschön. Keine Nuggies verziehen. Ähm, irgendwie geht es hier nicht mehr so gut. Habe ich das Gefühl. Oh, fuck. Ich habe mir auch gerade Nuggies gemacht. Ja, Nuggies. Nuggies sind nicht gesund, aber schon man... Also manchmal kann man sich das gönnen. Schon geil, manchmal. Nicht gesund. Generell eigentlich genauso wie Fischstäbchen. Naja. Vielleicht ein wenig verwerflich, aber manchmal trotzdem geil. Dino Nuggies. Dino Nuggies. Ich habe noch nie Dino Nuggies gegessen. Was ist... Was ist an denen besser? Einfach nur, dass sie... Einfach nur für den Kopf, weil sie so süß aussehen. Ah, Speicher.GingerWigginsie. Habe ich gespeichert? Ja, ne? Wiggern! Warte, ich mache die Flügel dann dafür. Ich wiggel, wiggel, wiggel. Wir spielen ein Horrorspiel. Ich wiggel, wiggel, wiggel. Hero of Hessen. Hero of Hessen. Ich wiggel und ich bedanke mich für deinen Sub. Ich bedanke mich, äh... Gerne. Vielen Dank für deinen Sub. Da wiggel ich mir einen ab. Yeah! Danke schön. Ja. Die schmecken gleich, ja. Das dachte ich mir schon. Aber ich wollte wissen, warum... Warum die so beliebt sind. Komm, wir machen. Komm, wir machen. Wärst du bereit für 420, Nuggies? Die klingen auf jeden Fall nach einem Trip. Okay, den habe ich irgendwie verdient. Ist in Ordnung. Ich danke. Dankeschön, Aluvra. Vielen lieben Dank. Da kam mein... Nein. Nein. Das ist einfach nur... Nein. Das ist einfach falsch. So, soll ich... Gehe ich jetzt einfach nur wieder? Verpisse ich mich einfach wieder? And that's it? Hallo. Ich möchte mich gern wieder verpissen. Deck 6. Wartung. Ach, wieder ein bisschen Fahrstuhl fahren. Da kann der. Danke für deinen Sub. Und da kann der. Kleine Dinos. Ja. Ja. Maum. 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 Hä? Der meldet sich auch mal wieder? Hä? Warum muss es in Horrorspielen auch immer irgendwie um Religion gehen? What the fuck is happening? E gleich MC Quadrat. Das war der Marker. Hast du... Nein. Ich konnte nicht sehen. Hermanns Signal ist wieder weg. Bitte. Hol einfach den scheiß Sender. Ich will von diesem Schiff abhauen. Als ob wir von diesem Schiff abhauen. Das wird nicht passieren. Dead Space ist mein Spiel des Jahres bis jetzt. Dead Space ist verdammt gut. Das ist wirklich verdammt, verdammt gut. Wirklich. Nuggets alle und Ginger schlecht. Lone Game Ranger. Ich kann nicht viel essen. Mein Magen ist mohl. Meistens, wenn ich essen gehe in einem Restaurant oder so, muss ich was liegen lassen auf meinem Teller. In 90% der Fälle sind die Portionen mir da alle viel zu groß. Ich kriege die nicht aufgegessen. Der Markerkult in Dead Space 2 ist noch viel ausgeprägter. Die beten den Marker da quasi an. Haben sie doch gerade auch gemacht in dem Video, oder? Oh Mann. Laufen wir da wieder in Gedärme rein? Was habe ich verpasst? What the hell ist los? Are you alive? Was sind diese Geräusche? Und ich habe das Gefühl, in meinem Screen krisselt es. Sorry, das musste ich gerade einmal kurz einfach beobachten. Essen liegen lassen ist ja unhöflich. Ja, aber wenn ich keinen Hunger mehr habe. Und ich hasse das, wenn man aus dem Restaurant rausgeht und dann einfach einem schlecht ist. Das will man ja auch nicht. Bist du das, der so am Schreien ist? Das ist das, der so am Schreien ist. Das ist das, der so am Schreien ist. Ich hasse diesen Raum, Leute. Ich will hier nicht sein. Der macht mir Angst. Nein, das ist wieder so einer. Das ist dieses Vieh, das ich so hasse. Du bist das. Danke für das Papa. Dankeschön. Warum? What? What happens? Man kann das Essen auch mitnehmen. Ja gut, das mache ich auch oft. Das stimmt. Mache ich häufig. Aber manchmal ist es auch nur irgendwie... Oh, hat hier gespeichert. Danke. Das ist ja mega ekelhaft, der Raum. Ah! Oh mein Gott, Alter. Das ist mir sorry, dass ich manchmal so ruhig bin. Ich muss mich so konzentrieren. Dieses Spiel ist so stressig und... Oh mein Gott. Und mein Puls läuft nicht weiter. I'm sorry. Ich weiß noch nicht so genau, was ich gegen das eine Vieh da mache. Ich weiß es nicht. Hau einfach rein, die Muni. How the hell didn't that not work? Fuck. Ist da noch ein Vieh? Ist das nur das hier? Ich muss, glaube ich, eine andere Waffe benutzen. Oh, diese Viecher sind so eine Scheiße. Ich glaube... Ich glaube... Ich hasse diesen Gegner. How is he still alive? War's das jetzt? Das ist einfach immer gefühlt ein übelster Endboss, der Scheiß. Oh nein, hier lagen zwei explosive Dinger. Hätte ich die gesehen, hätte ich so viel Muni gespart. Ich hasse alles. Sollte man irgendwie vorher auf Tentakel gestanden haben, jetzt nicht mehr. Die haben aber auch die unguten Tentakel. Es gibt gute Tentakel und schlechte Tentakel. Nein, gute Tentakel und ungute Tentakel. Didi Mario, dankeschön für deinen Subgeöft. Dankeschön. Ich bin mir nicht sicher, ob einfach das Schiff an sich lebt. Oder ob hier noch etwas ist, was lebt. Wenn ihr wisst, was ich meine. Boah, Alter. Das ist so widerlich. Boah. Dresdor, hallo, guten Abend. Oh, puh. Könntet ihr einen Waffentipp geben für die Fleischsäcke? Gerne. Ruhig bleiben. Immer noch First Try? Also, das ist immer noch mein erster Run. Ich spiele das Spiel wahrscheinlich nicht noch ein zweites Mal. Also nicht in naher Zukunft zumindest. Ist die Postkarte schon unterwegs? Habe ich dir schon geschrieben, dass sie unterwegs ist? Wenn nicht, dann ist sie noch nicht unterwegs. Also, ich schreibe immer, wenn die Postkarte unterwegs ist. Und das klingt, by the way, nicht geil, dass man bei dir aus dem Briefkasten klaut. What the hell? Die Fleischsäcke an der Wand mögen den Flammenwerfer nicht. Okay, dann habe ich Pech gehabt, I guess, weil ich will den Flammenwerfer nicht mitnehmen. Ich verkaufe auch jede Muni, die ich davon finde. Aber nice to know. Das heißt, die Fleischsäcke und die kleinen Gegner mögen den Flammenwerfer nicht. Ach, ich sei es, ich sehe. Ich sehe. Nee, soweit ich das gesehen habe, haben alle das richtig gemacht. Aber mit Länder, danke für den Tipp, dann weiß ich Bescheid, dass es daran liegt, dass ich eigentlich den Flammenwerfer nutzen müsste für diese Gegner. Okay, ich muss halt hier rein. Kann ich das mitnehmen? Die waren ja harmlos, ne? Die mochten einfach nur nicht Licht. Okay. Kann ich verstehen? Ich mag auch kein Licht. Ich sitze gerne in meiner dunklen Höhle. Ah. Ich bin so auf dem Shoki-Trip. Oh Gott. Ich habe so Bock jetzt auf Nuggies. Das gibt es nicht. Alles gut bei dir, mein Freund. Ich habe ihm bestimmt sein Leiden genommen. Garantiert. Oh, zwei Stunden schon. Schlucken. Schlucken, 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 schlucken. Zwei Stunden. Auf, Muggie. Nein, Nuggies. Oh mein Gott, geht mein Puls wieder? Sieht fast schon gut aus. Obwohl, nee, das sieht nicht gut aus. Ja, mein Puls geht wieder. Leute, ich bin nicht mehr klinisch tot. Kann ich da rein? Hallo, ich möchte in ihre Einbuchtung. Nee. Hallo. Hallo. Oh, wohl, lass mich, lass mich das mitnehmen. We never know. Ja, oh. Oh, ew. Oh, what? Hänschen, klein Glück, allein ging in einen Wald hinein. Noch ein Kuss, dann ist Schluss, weil die Braut nach Hause muss. Hänschen, klein Glück, allein ging in einen Wald hinein. Paul, oh mein Gott, das war sogar von Paul. Paul, ich hasse dich. Schön, dich zu sehen. Oh mein Gott, sie ist da. Oh, das ist meine Frau. Oh mein Gott. Ich traue nicht. Sie ist jetzt böse geworden. Die Musik war gerade schon so. Bin heute später, war mit einem Kumpel essen. Wir gucken gerade zusammen. Ja, hallo, Paul und Freund von Paul. Auf einmal blond. Ja, ich bin wieder normal. In meiner schönsten Form bin ich gerade. Oh Gott, sorry. Jetzt ist der Puls ganz weg. Hä? Aber der funktioniert doch noch. Seemed to work. Hallo Frau Clark. Hallo Frau Clark. Nein! Okay, ich muss Hampelmänner machen. Hampelmänner, let's go! Let's go, Hampelmänner! Oh, okay, aufstehen habe ich auch mal gebraucht, ehrlich gesagt. Oh, Hampelmänner! Die tun dem Körper gut. Oh, ich strecke mich und räke mich und decke mich und ecke mich und mecke mich. Okay, Hampelmänner, let's go! Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn! Yeah! Oh! 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 Ja! Ah! Oh! War doch gut! Oh! Puh! Oh! Oh! Möchtest du einen Tipp für die Viecher an der Wand? Äh! Den Tipp, den ich gerade schon bekommen habe mit dem Flammenwerfer oder welch? Was für Viecher an der Wand? Oh! 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 Dankeschön! Dankeschön! Oh! Jassen, der Puls hat schön angezeigt. Da mag ich meine Ha... Doh morg ich schon mal Hampelmänner. Äh! Jinta kann keine Liegestütze. Ja, vielleicht könnte ich mittlerweile ein paar. Durch... Durchs Gym. Vielleicht so einen. Oder zwei. Besser als gar keinen. Ah! Ich bin nun mal nett und hab dabei in deine Gesundheit gedacht und wollte dich gar nicht ärgern. Ach, alles gut. Ich dachte gerade Hampelmänner passen. Ähm, ab und zu mal aufstehen und sich ein bisschen strecken und kurz bewegen und so ist eigentlich voll nice. Ist auch für einen Streamer nice, der sonst aussieht wie ein kleiner Shrimp. Und nur noch als Shrimpy da sitzt. Hallo Gustav. Oh, Gustav, Gustav, guck mal. Gustav ist ein Teil der Wand geworden. Ganz, ganz nett. Also nicht der Gustav. Meinen Gustav geht's gut, ja? Bitte zeig mal den einen Liegestütz. Nein. Kann ich sie abwerfen? Nein. Ich weiß, dafür haben wir später noch Zeit. Ich glaub, sie tötet mich jetzt. Alle zählen auf uns. Wow, what the heck? Was bist du denn für ein Nacki-Dai? Oh mein Gott. Erledigt. Easy. Ich hab dich noch nie arbeiten sehen. Du gehst mit dem Ding um wie ein Chirurg. Ich pass auf dich an. Okay. Wie komme ich zu dir? Nein, du musst unbedingt den SOS-Länder starten. Hier sind überall Wartungsschächte. Ich hole dich schon ein. Klingt ja großartig. Okay. Ich weiß nicht, wenn du noch mehr siehst. Okay. Ich liebe dich. Sie hat ja auch überlebt bisher. Also irgendwie wird sie es ja schaffen. Du hast die Dinge wieder in Ordnung. Und machst uns wieder vollkommen. Ich mach euch wieder vollkommen. Das klingt so Sass. Sie macht uns wieder... Wen mach ich denn vollkommen? Ich bin doch kein Gott. Ich bin doch kein Teebeutelspruch. So, ich... Da... Okay, einmal kurz... Ginger macht 10 Hampelmänner und ich immer 15 Liegestütze dabei. Das ist ganz gut mit der Bewegung zwischendurch. Ja. Oder einmal kurz einfach aufstehen und, weiß nicht, so ein bisschen die Hände nach oben mal. Ein bisschen bücken, ein bisschen... Na, so Stuff. Dass man sich mal ein bisschen bewegt, ist ganz gut. Wenn ich den Hampelmann mache, kann man am Klatschen allein nicht erkennen, ob das von meinen Händen kommt oder von meinem Bauchfett, das auf die Knie schlägt. What the hell? Sagst du das nur einfach, weil es lustig klingt? Mach dich doch selbst nicht so nieder. Oh mein Gott. No. So. Äh... Was war denn der Tipp? Irgendwas ist so komisch an der. Wie kann sie hier so gemütlich und ohne Waffen rumlaufen? Ist so! Die hat doch auch irgendwie... Er tut so, als könnte sie nicht überleben. Sie hat es doch auch geschafft bisher. Verstehe ich nicht. Das ist eher Krustoff. Das sehe ich ja jetzt erst. Setz Stase ein und trenn die Tentakel mit dem Cutter. Oh! Aber das Main-Problem an dem Vieh... Nee, hast recht. Ich wollte sagen, das Main-Problem ist, dass dieses Vieh ja so kleine Gehilfen spawnen lässt. Aber wenn das ja verlangsamt ist und ich das schnell genug wegschieße, kann er ja keine Gehilfen holen. Oh! Okay, das werde ich mir merken. This is a very nice trip. Ähm, Tipp wollte ich sagen. Very nice trip. Also sage mal, Tipp. Ja. Flammenwerfer ist dafür auch gut. Ja, das wissen wir schon. Das wissen wir schon. Dommel, nein. Hauf. Der Versprecher tat mir so leid. Kann ich nochmal speichern? Ich will nicht mehr. Wenn du es dir nicht merken kannst, erinnere ich dich gern wieder dran. Doch, ich glaube, ich kann mir das merken. Ich sollte mal... Aber was ich mal machen sollte, ist... Vielleicht mal so alles ein bisschen... Wow! Smaragnini! Dankeschön für 500 Bills! Ich weiß nicht, warum Stream-Element seit neuestem manchmal Dinge doppelt anzeigt, aber ja trotzdem, vielen liebem Dank, ne? Ich laufe mit meiner Spitze rum. Was ist denn hier Schönes? In welchem Kapitel sind wir? Ich glaube, sieben. Mittlerer Minenarbeiter, Rick. What? Oh, das sollten wir uns eigentlich mal angucken, wahrscheinlich. Sanft sprechen! Oh, es war Smaragnini. Danke für sieben Monate. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Habt ihr heute schon gequotet? Okay, Domme. Schön, auch schön dich zu sehen. Hallo, Duna. Okay, ich soll mal sanft sprechen. Okay, Leute, fünf Minuten sanft sprechen. Ab jetzt. Okay, wir reden jetzt fünf Minuten. Fünf Minuten ein bisschen sanft. Okay. Das wurde eingelöst per Kanalpunkte. Und jetzt holen wir uns den SOS-Sender und spielen ganz normal. weiter. Ganz normal. Bei einem Horrorspiel, ja. Ja. Ganz natürlich. Oh mein Gott, jetzt muss ich... Soft-Speech übers Kacken muss mein Glückstag sein. Na, Chat? Habt ihr heute schon gequotet? Führt ihr euch gut und umhütet? Verdammt, ey. Drei Liter? Boah, Junge. Wow, what the hell? Das geht dich gar nix an. Okay. Also ich sag Tom immer, wie viel und wie gut ich gequotet hab. Ich find, das ist was, das muss man... Ew, ew. Das ist ne Info, die muss man teilen. Ich fühl mich wohl hier, aber leicht angeschissen. What the hell? Scheiße, der war viel zu passend. Danke, Alufa. Dankeschön. Iiii, der Typ sieht nicht mehr so lebendig aus. Hm. Von der Küche bis in den Keller? Nein, da hinten ist wieder so ein Vieh. Du hast von der Küche bis in den Keller gequotet? Ah, warte. Alles macht mir Angst. Danke, Chat, ihr seid dufte. Ich hoffe, der hat hier irgendwo gespeichert, sonst kriege ich die Krise. Ehrlich. Nicht mal so lebendig, aber trotzdem fünfmal drauf treten. Ich trete so lange drauf, bis sie zerspringen. Das ist mir wichtig. Was hat mich trotzdem getroffen? Na, der Hurensohn. Mann. Okay. Stasen, go. Hab mich trotzdem getroffen. Ich komm hier gar nicht runter. What the hell? What the hell? Oh mein... Oh, zum Glück hab ich mich nicht erschrocken. Ich hasse dich. Jetzt hebt er ab und völlig losgelöst. Von der Erde fliegt das Raumschiff. Was ist der Chat gerade? Okay, reicht dann auch wieder. Ihr könnt mir gerne... Ihr könnt gerne aufhören, über euren Code zu sprechen. Also, mir ist eure Gesundheit und euer Wohlbefinden echt wichtig. Aber das reicht jetzt. Okay. Oh, ich wollte mich gar nicht heilen. Ach, ganz ehrlich, da nehme ich die Stachelheit mit. Das ist okay. Ehe aufheben. Oh, dass er mich trotzdem getroffen hat. Hallo, ich muss ja mal durch. Hallo. Mein Gott, das spannt mich so an, dass ich jetzt so leise nur reden muss. Das Essen schmeckt mir jetzt auch nicht mehr. Wo wir bei dem Thema wären, meine Streams gucken, ist immer nicht so lecker. Da halten wir es jetzt. Oh, Mann, ey. Oh, Gott. Okay, ich darf wieder normal reden. Ach, du Scheiße. Junge, puh. Was ist mit der Frau passiert? Die muss einen anderen Weg gehen, weil wir nicht... Weil wir getrennt sind. Also, getrennt waren, meine ich. Wir haben uns nicht voneinander getrennt. Me walking, me walking, me walking on this path. Wiggle, by the way. Wiggle, 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 wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, 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 wiggle. Wiggle, wiggle. Oh. Der Scheiß. Es war ja klar, dass der von Horny Melanie kommt. Klar doch. Oh, fuck. Da unten ist ja noch richtig viel. Müsse ich auch da runter? Äh, ich glaube, ja. Da ist auf jeden Fall eine Tür, durch die ich kann. Ah, danke schön, Horny Melanie, für deine Bitties. Ich möchte die Items. Alles, was hier ist, das möchte ich. Hey, hier lag doch was. Da liegt doch was. Willst du mich verarschen? Das leuchtet grün. Ist das eine optische Täuschung? Da ist doch ein grüner Punkt. Das heißt doch immer, da ist ein Item. Wann willst du deinen Modelwechsel machen? Oh, stimmt. Jetzt gerade eben fand ich es ein bisschen schwierig. Weil ich ja dafür das Spiel paralysieren muss. Aber... Oh mein Gott. Ich versuche es gleich. Ich muss halt das Ganze bekommen, neu starten für den Modelwechsel. Oh Mann, Junge. Alter. Ach gut, dass du das als Anonymer gespendet hast. Sonst hätte ich dich jetzt auch enterbt. Das wäre jetzt der Moment gewesen. Ich fand, jetzt ist Zeit für eine Enterbung. Jetzt war Zeit für eine Enterbung. Wow, wo zur Hölle bin ich hier eigentlich? WTF? Wow, das ist so hell. Ich sehe nichts. Okay, ich glaube, wir kehren um. Wir kehren um. Klang nach Paul. Nein, nein, nein. Er hat da... Paul würde sowas doch niemals tun. Ah! Was machst du denn hier? Wow. Wow. Hat der gegen das Ding hier geaimt? Das hätte mich ja richtig weggesprengt. Okay. Ich habe Paul ge... Paul, hast du nicht beim letzten Mal gesagt, das waren jetzt deine letzten Bits oder so? Was ist los, mein Freund? Was ist los, mein Freund? Dankeschön, I guess. Oh ja, hier kann man speichern. Oh, fuck. Nachkaufen lohnt sich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum seid ihr so? Warum seid ihr so? Ganz ehrlich. Ich... Dies kann nicht drücken. Warum stand das schon immer so komisch da? Oh. So, ich muss einmal. Keine Enterbung können jetzt nur Paul oder... Ja, die sind ja schon enterbt. Obwohl, war nicht Alura wieder ge... Warte mal, nennt man das so? Ge-re-erbt? So, ich... Ich... Das neue... Das Model-Wechsel wurde eingelöst. Das heißt, ich werde jetzt mein Abschlusskleid-Model herholen. Ja, ja. Das machen wir einmal. Ich bin gleich wieder da. Bam, bam. Ich bin gleich wieder da. Ba-da-da-da. Ich... Ich bin gleich wieder da. Ba-da-da. Der Anonyme war ich tatsächlich nicht, glaube ich dir. Glaube ich dir. Ah. Ich bin immer nur so Leute, die das anonym machen, so am Sassen. So... Warum... Warum anonym? Was hat der zu verstecken? Was ist los? Warum? Was für dunkle Pläne schmiedet er? Oder sie? Ich wurde immer noch nicht erbberechtigt. Ne, das finde ich gut. Ich war enterbt, dann wieder ge-erbt und dann nochmal enterbt. Okay, das... Damit kann ich leben. Das ist auch eine gute Reihenfolge, finde ich. Großartig. Großartig. So, der will einmal nicht. Deswegen muss ich einmal ganz kurz... Bam, bam. Und dann einmal hier zweimal den Haken. Ich weiß nicht, ob das ein... Ob das ein Bug ist und irgendwann verschwindet der. Hallo. 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 Ich bin jetzt Abschlusskleid. Model Ginger. Oh. Oh. Meine Buber bouncen ja. Es bouncet nicht viel an diesem Model, aber die... Aber auch nur ein bisschen. Ich bin jetzt der gleiche Zeichner gewesen. Also der gleiche Artstyle. Das stimmt. Oh. Oh. Ich brauche mehr Wasser, ey. Ich habe Durst. Oh. Starke Träger, das stimmt. Die Träger haben gut... Sind gut... Machen ihren Job gut. Ultima, dankeschön für... Für wunderschöne... Äh, 32... Äh, 23 Monate. Das sind fast zwei Jahre. Holy shit. Dankeschön. Oh, New... New Ginger. Ich bin nicht New Ginger, aber ich bin Abschlusskleidmodel Ginger. Mm-mm. Abschlusskleidmodel Ginger. Abschlusskleidmodel Ginger. Braucht mehr Physik, das stimmt. Ich mag es eigentlich, wenn es bouncy ist. Hey, Red Taco, warum... Du mischst dich wieder ein mit deinem Kugelfisch? Was ist da los? Ist das 2D? Nein. Ist immer noch 3D. Still a 3D model. Mm. Ist das dein erstes Dead Space? Yes, das ist mein erstes. Soll ich das Ding mal mitnehmen? Man weiß ja nie, ne? Ich muss ja auch hier lang, ne? Ja. Starte den erst OS-Sender. Sitzt gerade. Fuck. Okay, ich sitz gerade. Wow. Eine New Ginger geht nicht auf Twitch. Hat jemand gerade danach gefragt? What the hell? Was ist denn falsch mit euch? Hey, schämt euch, das zu fragen. Ich bin ein bisschen groß. Das regt mich gerade noch ein bisschen auf. Leider ist dieses Mal nur ein bisschen riesig. Hat deutlich andere Proportionen. viel Spaß noch beim Streamen Abschlusskleidmodellinja Viels, denkt man. Ja, Dingo, danke schön. Für 11,11 Euro, danke schön. Und wie, achso, wir bleiben jetzt so. Ich habe den falschen Knopf gedrückt, es tut mir leid. Ich wollte sagen, wir bleiben 30 Minuten so. Es tut mir leid, ich bin... Ich wollte, habe auf meinen Timer gedrückt und dann muss... Es tut mir leid, ich bitte hinterfrag das nicht. Hau einfach. Es tut mir leid. Ich bin sorry. Leute, Jan kann mir jetzt auch nicht helfen. Ich habe halt einfach mal ein bisschen gepupselt. Da geht halt nichts mehr. Das ist jetzt auch nichts Schlimmes. Fahrt-Reverb, I'm so sorry. Ach, hier aber nicht. Ich gehe jetzt den Weg wieder zurück. Okay. Das passiert mir auch ständig. Ich will was sagen. Ich pups einfach. Das klingt irgendwie nach einem sehr traurigen Problem, actually. Ich glaube, dann hast du nicht viele... Wenn das so ist, dann hat man nicht viele Freunde. Oh, Fahrstuhl! Man hat im Bus immer genug Platz. Das ist großartig. Hä? Das aber im Bus ist wirklich easy. Ich muss einfach nur einen Döner holen und den dann da genüsslich essen. Verstehe gar nicht. Ach, nö. Oh, das ist eine Fliege an meine Nase geflogen. Die soll sich mal verfliegen, die Fliege. Ich frage mich, wie sehr ein Piercing im Flügel sich auf die... Ach, ganz ehrlich, ne? Das Vieh. Oh, danke. Oh, mein Inventars. Du bist doch auch ein... Herr, wo klettert der Affe denn? Oh, nö. Oh, mein Gott. Äh. Nein! Ist er tot? Das klingt so, als wäre hier oben noch was. Ehrlich, war's das? Ist mein Puls jetzt bei 100 eingefroren? What? Weil ich angespannt war oder warum? Oh, warum ist mein Puls denn bei 100? Hey, was soll das? Aluva. Aluva, ich nehm das zurück. Also, du bist jetzt auch auf jeden Fall enterbt. Ich bin heute in der Enterblaune. Das geht so nicht. Der schüttelt schon die ganze Zeit auf 101. Ach, das ist ein schöner Puls. Ist doch nice. Beware traps ahead. Okay. Oh. Wuh. Dragon. Was? Dragon? Dragon. Dragon, ja, Darkness. Danke für dein Zorb. Dankeschön, willkommen bei den Ginger Ninjas. Dankeschön. Okay, Chris. Nee, da, ich... Das ist nicht mal getimed, dass ich mich schön erschrecke. Das ist einfach nur noch... Hahaha. Ginger hasst mich. Ich will auch gehasst werden, oder? Nein, bitte, 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 hört auf. Nein, bitte nicht diese Denkweise. Bitte, nein. I don't want that. Ich will das nicht. Nein, damit bekommst du nicht. No, schmink dir das ab. Ähm, danke, danke, Stream-Allemans. Dankeschön. So, wer und wessen Mutter noch kommt jetzt noch dazu in die Party hier? Will mitmachen? Komm, komm doch her. Kein Salz. Hallo? Was soll das denn jetzt? Oh, ich nehm ne Stange. Stangi. Stangi, komm mit. Stangi, komm mit. Mit dir spieß ich Leute auf. Stangi, komm mit. Mit dir mach ich Hackauflauf. Stangi, komm mit. Du bist mein bester Freund. Stangi, komm mit. Hm. So. Ab 140 ist kritisch, wenn du Sport machst? Wieso? Ich hab sehr oft 140, wenn ich Sport mache. Zwischen 140 und 160. Ich glaube, das ist ganz normal, oder? Wenn ich Cardio mache, wenn ich jogge oder sowas. Ach so, als Dauerpuls. Hm, okay. Jetzt geht's ab. Dreimal Feuerwehr und fünfmal Rettungs- Ach du Scheiße, holy fuck. Ich hoffe, bei dir ist alles in Ordnung. Also bei dir, also bei dir in der Nähe dann. Stangi, mein Freund. Ich steche euch auf. Stangi, mein Freund. Ich liebe Auflauf. Wenn du Sport machst, ist ab 160 auch schon kritisch. Hab ich sehr oft. Kurzzeitig kann ein Puls bis 200 hochgehen. Das ist alles noch okay. Nur längere Zeit wird schwierig. Jaja, bei mir... Das, das, das... Also... Ich weiß halt von meinen Pulsgeräten. ... dass das öfter einfach passiert. Geht irgendwie nicht. Der Stangenauflauf. Little eyes, little eyes. What secrets have you seen? Also jetzt ist der Kopf weg, auf jeden Fall. Egal, was er machen wollte. Oh. Klippi! Klippi, Klippi, Klippi! Klippi, 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 Klippi. Dankeschön. 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 Okay. Das war jetzt nicht so klug. Das war ein schöner Raum. Mit viel Lut. Oh mein Gott. Ginger, 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 Klippi, Klippi, Klippi. Oh Mann. Oh mein Gott. Mr. Kasten! Warum denn... Ich erschrecke mich auch nur. Ich weiß gar nicht, warum ich mich erschrocken habe. Warum denn jetzt ein Creeper-Sound? Dankeschön. Dein Puls ist in Ordnung. Ich sollte mir Sorgen machen mit 160 Ruhepuls. Ja stimmt. Ja, mein Ruhepuls ist halt, glaube ich, normal. Also voll im normalen Bräuch. Normalen Bräuch. Wehe, der speichert hier nicht. Hier wird gleich sowas von gefistet. Ich sehe das schon. Sonst wären hier nicht so Kampfdinger. Bitte zerplatz. Dankeschön. Hier wird jetzt gleich... Also, ich sehe es einfach. Wer wird gefistet? Ja, hoffentlich nicht ich. Oh mein Gott. Licht tot. Danke für 34 Monate. Dankeschön. Yeah. Dankeschön für deinen Reserv. Hallo. Ich umarme dein Herz, Clippy. Danke für deine Arbeit. Ey, ganz ehrlich, ja. Ganz ehrlich. Ich würde auch sagen, dadurch, dass Clippy, dass du ab und zu VTuber-Clips reinnimmst, nicht mal unbedingt jetzt meine, obwohl ich mich immer freue, denke ich, tust du auch einen nicht zu unterschätzenden Beitrag dazu, dass VTuber, ich sag mal, nicht um... Also, was heißt denn? Also, wie erkläre ich das? Normalisiert werden, dass man merkt, dass das halt auch einfach nur Streamer sind, die dumme Sachen machen. Also, ich bin halt besonders weird. Ich verstehe schon, wenn man lieber Abstand von mir nehmen möchte, mir jetzt im Speziellen. Aber so generell meine ich. Ähm, ja. Finde ich das sehr, sehr cool. Yes, yes, yes. Mm, baba. Nachts kommt Ginger doch zu uns in unsere Träume. Chat, träumt ihr von mir? Muss ich mir Sorgen machen? Muss ich was? Dass VTuber auch normal sind und keine verstörten Freaks, die sich nicht zeigen wollen. Ja, genau. Also, die Sache ist halt... Ich würde sagen, viele Streamer sind nicht unbedingt normal, aber das ist ja auch voll okay. Das macht sie ja so besonders und so interessant. Aber, aber ja. Ähm, ja. Zu viel. Noch nicht. Okay, das klingt gut. Ich träume aktuell gelegentlich, dass du ganz furchtbare Content-Ideen hast. Erzähl mir doch mal davon. Das klingt super. Nur wenn es ein Albtraum ist. What? Ich bin in deinen Albträumen? What? Schönes Outfit. Dankeschön. Ich liebe das Outfit. Domme, du hast mich in deinen Albträumen? What the hell? Okay, wir machen jetzt Server. Nein, nicht schon wieder gerade sitzen. Ich muss so viel gerade sitzen heute. Das ist so anstrengend. Mein Träumen war sie noch nicht, glaube ich. Okay, dann ist gut. Dann ist ja noch alles in Butter. Oh, danke schön für 100 Bits. Danke schön. Okay, wir fangen jetzt an. Ja, weil da irgendwelche Viechers drin sind, oder wie. Ach, damn. What the fuck? Das ist tot. Die Maschinen laufen noch alle, Isaac. Das wird wahrscheinlich auch diese Dinger ferngehalten. Das ist unsere einzige Chance, Kendra. Ich werde es versuchen. Oh mein Gott. Was? Domme, ein Zuschauer von mir... Zerstöre den inneren Strahl. Okay. Ähm. Ein Zuschauer von mir schreibt... Ja, ich habe mal geträumt, dass du mich gekocht hast und dann den Katzen zu fressen ge... Zu fressen gegeben hast. Ich habe keine Ahnung, warum. Domme, wa... Geht es dir gut? Ich... Was? Domme, was? Ich habe einen Zuschauer gekocht und den Katzen zum Essen gegeben. Was? Ich habe mal davon geträumt, dass du Casual Minecraft spielst. Boah, geil. Ich habe richtig Impact gehabt. Yait. Alter. Dankeschön. Anonymer Spender für jetzt 600 Bits. Dankeschön. Scheiße, Alter. Holy shit. Okay, wir müssen irgendwelche Strahle finden. Okay. Okay. Dann gehen wir halt... Wieder... Äh, runter. Und... Scheiße. Wieder runter. Lalalala. Hört sich doch nochmal an, Zuschauer zu kochen und zu servieren. Passiert mir jede Woche mindestens viermal. Achso, wirst du öfter gekocht? Hast du da Erfahrungen mit? Dann ist ja easy. Scheiße. Warte, ich esse kleine Kinder. Was passiert jetzt? What? Das ist vor allem ein richtig alter Insider von mir. Das macht mir ein bisschen Angst. So. Ich will euch nicht kochen, Leute. Das ist was. Ihr schmeckt best... Also ihr... Wenn ihr so schmeckt, wie ihr stinkt, dann... Näh. Näh. Fühl ich nicht. Fühl ich wirklich nicht. Fühl ich... Scheiße. Okay, ich bin... Ich muss eigentlich aufs Klo. Aber ich will die Modelzeit nicht verschwenden. Deswegen 15 Minuten spielen wir jetzt noch. Da muss ich mal ganz kurz Peace hingehen. Wo muss ich hin? Platziere den SOS-Sender. Oh. Kennst du die Stinkfrucht? Die riecht wie Arsch. Aber richtig süß... Die richtig süß und nice schmeckt. Ich hab gehört, dass es so eine Frucht... What the frickin' hell. Ähm. Fucking hell. Dass es eine Frucht geben soll, die... Ähm. Extrem stinkt. Und dass auch die Wohnung dann dann... Äh. Dann noch eine Woche oder Wochen danach stinken soll. Aber die richtig awesome schmecken soll. Und nein. Ich habe bisher noch kein Bedürfnis gehabt, mir diese Frucht nach Hause zu holen. Ich glaube, er ist jetzt tot. Inwiefern sind Clips eigentlich erwünscht? Bestimmter Content oder ähnliches? Ähm. Ähm. Also ich finde es immer toll, wenn Clips gemacht werden. Und du darfst sie gerne auf TikTok posten. Oder auf YouTube. Ich würde mich nur freuen, wenn du sagst... Wenn du dich nicht als mich ausgibst. Und auch am besten vielleicht jetzt nicht... Einfach mein Profilbild verwendest oder sowas. Ähm. Und vielleicht irgendwie dazu schreibst, dass du eben nicht ich bist. Sondern vielleicht Fan-Kanal. Oder einfach, dass du du selbst bist und halt ein Clip gepostet hast. Ähm. Und du darfst das gerne posten, solange es unmonetarisiert ist. Du darfst auch gerne bestauf schneiden. Also ich finde das voll geil, wenn Leute Clips von mir posten, bestauf schneiden, whatever. Oder Edits machen und so. Nur wäre halt schön, wenn der Humor einfach in der Community bleibt. Also das, was wir hier in der Community irgendwie lustig finden. Dass das, äh, sich auch vielleicht in den Edits irgendwie widerspiegelt und nicht plötzlich was komplett anderes wird. Aber sonst... Alles easy. Ja. Die Durian stinkt zur Verteidigung. Damit sie nicht gegessen wird. So wie Ananas. Ich wollte mir, by the way, echt gleich Ananas holen wieder. Ananas ist, glaube ich, jetzt mein... Mein, äh, Übergangs... Ähm... Dead Space Food. Warum kann ich nicht runter? Achso, weil der Strom fehlt. Okay, den Strom finden wir. Wir machen das. Huch, der Sound hat sich ganz komisch geloopt gerade. Hä, wo ist die Batterie? Äh? Äh, die müsste doch irgendwo sein. Ananas ist lecker. Ja, Ananas ist lecker, aber Ananas, ähm, ist so... Hat so diese... Hat diese Säure, damit sie dich... Also die Ananas isst dich quasi von innen auf. Was macht die Ananas? Hä, war die Batterie draußen irgendwo? Sorry, ihr dürft mir sagen, wenn ich was übersehen hab. Wo ist die fricken Batterie? Ah, hier vielleicht? Ne, das ist einfach nur... Ein Durchgang. Hm. Ne, an... Achso, ich bin ja hier. Klar kann ich die von drauf. Boah, hat mich das viel gerade erschrocken. Oh, ich dachte gerade, das ermordet mich. Junge. Alter. Du musst stärker als die Ananas sein. Isst die Ananas, bevor sie dich isst. Für gewöhnlich haben wir keine Momente in Streams, die nicht geklippt werden sollten. Ja. Also wenn irgendwas da ist, was ich wirklich nicht mag, dann lösche ich das VOD. Und dann werden auch Clips normalerweise davon gelöscht. Ich vergesse, der braucht die Arme ab. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Am Segeberg, Bad Segeberg, gibt's vier zersägtes Holz. Das Segeberg, Bad Segeberg ist der totale Bringer. Am Segeberg, Bad Segeberg hat niemand mehr zehn Finger. Boah, hat mich das gerade aber erschrocken. Woo! Alter, hat mich das erschrocken, holy fucking shit. Dankeschön. Das Segeberg, Bad Segeberg ist unser ganzer Stolz. Danke, Yuka-kun! Erschrocken, aber passt. Ja, wegen der Kettensäge, you're right. Stimmt. Wegen der Kettensäge. Boah, diese Stacheln hier, das macht mich voll fertig. Jetzt sind die auch noch rostig. Toll. Oh! Oh! Ist hier jemand? Gibt es das Bad Segeberg eigentlich wirklich? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Warum liegt hier was Explosives? Was steht hier eigentlich? Da ist ein Warnhinweis. Watch your stab! Ach, man soll hier einfach nicht stolpern, okay. Was ist das für ein geiles Aussehen? Oh, das ist mein Demon Dress Outfit. Yeah! Aber ich muss zugeben, ich hätte auch gern das Demon Dress Outfit auf meinem anderen Model. Muss ich gestehen. Dieses Model ist natürlich auch einzigartig und nice. Aber was ich an dem anderen Model sehr, sehr gerne mag, ist, dass es so bouncy ist. Das habe ich mit dem Model hier leider nicht so. So! Das Segeberg, Bad Segeberg ist unser ganzer Stolz. Was ist denn in der Tür denn? Warum soll ich da hinten lang? Eine Zange. Kann ich jemanden damit töten? Mit der Zange? Ja, gibt es! Oh, es gibt das Segeberg! Bad Segeberg! Das ist schon ziemlich cool. Nein! Was? Ach, ganz ehrlich, dann heile ich mich kurz. Das ist wichtig, das mitzunehmen. Oh mein Gott! Alter Junge! Erstmal mega verjagen. Oh, hier ist noch was. Hallo? Nein! Ja, Credits! Credits! Äh, wo ist mein... Ich wusste gar nicht, dass ich mir das auch raushauen kann, wenn ich will. Kapu! Hallo! Als ob jetzt keiner kommt. Ich hasse es. Kann man sich den Bad Segeberg-Song irgendwo anhören? Meinen? Mein Cover davon? Nee, das ist nur ein Soundalert. Und wir haben extra einen Stream gemacht, wo ich das nur als Soundalert aufgenommen habe. Das gibt es nicht. Jetzt ist dahinter auch noch so ein Franz Josef. Ist hier gerade nicht sein Arm irgendwie reingeflogen? Ugh! Ugh! Oh, Junge! Was passiert hier? Das ist ja voll brutal! Eww! Ah, hallo! Der Arm! Godfuckin... Oh, ich kann das hier aufladen. Super. Und ein Rohr. Ich mag Rohre. Nein, Franz Josef. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Es tut mir leid. Danke für die ganzen Follows, by the way, die reinkommen. Holy... Oh mein Gott, Junge. Alter. Oh! Oh! Aluva. Es war von Aluva. Ich hasse es. Ich habe mich so erschrocken wieder. Mein Puls ist gefreezt! Wofür habe ich die Scheiße? Ah! Da, da ist er. Puls erfolgreich auf 82 hochgebracht. Dankeschön. Achso, kann ich mir jetzt aussuchen, wo ich lang will? Ich soll da lang. Okay, nicht da hinten. Wie kannst du so schnell vergessen, was du sagst? Ich mache sehr viele Dinge gleichzeitig. Ich lese ganz viel Chat und ich spiele ein Spiel. Und ich streame. Das ist so ein Streamer-Syndrom, schnell nicht mehr zu wissen, was man gesagt hat. Oh, das ist der Asteroid. Oh. Das Ding sieht wirklich so aus. Erzählt mich das Töten. Schön. Streamer-Brain, yeah. Das ist das Schöneste. Ah, mein Rohr! Ich glaube, ich muss mein Rohr aber kurz hier lassen. Tut mir leid, Rohr. Ich habe dich geliebt. Aber ich muss weiterziehen. Hm. Mach mal woanders fest den Pulsmesser. Man soll den so tragen, wie ich ihn trage. Ich kann ihn natürlich noch einmal ab und wieder dran machen. Das könnte ich gleich machen. Mein Model guckt nicht böse. Ich kann es wirklich nicht sehen. Ich sehe es wirklich nicht. Ich habe einfach nur lange Wimpern. Genauso wie bei dem anderen Model. Aber es stört euch wohl wirklich, dass man die Augenbrauen nicht sieht, I guess. Was ist hier? Schön ist drin. Okay. Energiekanonen-Monny brauche ich glaube ich auch nicht, oder? Pass auf, dass du das Rohr nicht verlegst. Scheiße, der war ein bisschen, der hat, der hat, der hat zu gut gepasst. Fucking hell. So, kann ich bitte nachladen? Oh shit. Kann ich dich nachladen? Oh shit. Kann ich dich nachladen? Ich habe alles. Mann! Nix zum Nachladen. Ja, sehr. Ich habe mich langsam an den Bösen. Aber sie guckt gar nicht böse. Das ist so traurig. Ich gucke überhaupt nicht böse. Nein, ich brauche die Monie. Dann kann ich... Sind hier Monster, oder ist das die Maschine, die hier die Geräusche macht? Kann ich kurz was aus dem Dings rauswerfen? Ich meine, ich kann mich auch kurz heilen. Damn. Machen wir so. Wirklich tolles Outfit. Dankeschön. Verdammte Augenbrauen. So, was soll ich jetzt hier machen? Das Ding kaputt hauen? Oh. Oh. Das war wohl auch nicht richtig. Okay, ich muss vielleicht ein bisschen denken hierfür. Aber denken ist so anstrengend. Kann ich da unten nicht was steuern oder so? Oh, Schützi. Dankeschön für vier Monate. Dankeschön. Denken. Dafür werde ich nicht gut genug bezahlt, um zu denken. Oh, was ist da hinten? Oh, ich brauche anscheinend viel Stase. Okay. Auch wenn's... Was soll das jetzt? Willst du damit sagen? Ich denke nicht genug. Hey! Auch wenn's cringe ist, der Protagonist vom Spiel hat einen schönen Hintern. Das habe ich direkt im ersten Stream angemerkt. Der hat wirklich einen niceness. Und dann hat man mir gesagt, Ginger, der ist 50. Und ich denk so, hallo, Alter, spielt keine Rolle... Oh mein, okay, das... Nein. Das kann man auch... Das... Kann man ganz mies aus dem Kontext... Wir lassen das mal. Ganz mies. Äh, ja... Ähm... Aber der Arsch ist schon Premium. Ja, das stimmt. Sein Arsch ist schon nice. Äh... Ich weiß nur nicht, wie mach ich denn das jetzt? Ach, ich muss wahrscheinlich einfach nur hochfliegen... Und das da ranbappen, oder? Ich muss gar nicht die Maschinen deaktivieren, sondern einfach nur das Teil hier deaktivieren, oder? Hoffentlich. Please. Treffen ist auch so ne Sache für sich, ne? Hä? Fuck! Wo muss ich das denn festmachen? Hä? Produktionskomitee. Der Po muss rund sein! Und wenn's das halbe Budget frisst! Ey, ey, ey! Po, liebe es, ist voll, voll appreciated. Oh, ich hab Angst, in diesen Strahl reinzufliegen. Möchtest du nen Tipp? Gerne. Ich glaub, ich überseh irgendwas. Ich brauch mal ein bisschen was zu trinken. Oh, es ist auch gleich drei Stunden... Äh, Zeit. Three hours. Oh, es ist Zeit, das Model zurück zu wechseln. Okay. Ich mach das mal kurz. Model zurück wechseln! Let's go! Ich muss kurz in die untiefen, untiefen verschwinden. Okay, Leute, ich bin in den untiefen, tiefen, die tief und untief sind. Ich werde jetzt mein Model zurück wechseln zu meinem anderen Model. Und, ähm, dann sind wir ziemlich modelig unterwegs. Oh, ja, das werde ich tun! Oh, ja, und ihr könnt mich nicht aufhalten! Ich kling wie ne alter Hexe. Ich bin ne tolle alter Hexe. What the fuck? What? Just do it! MAKE YOUR DREAMS KIND TRUE! Die vertraute Bergziege ist back, ich bin back in the hood. Ich bin back in the hood. So, hallo! Du wolltest auf den Pott? Ja, ich muss pissen. Leute, ich würde mal ganz kurz peasing gehen und dann stellen wir uns diesen Rätsel. Aber vorher... Ich sitze jetzt nicht gerade, ich muss jetzt pissen gehen. Aber vorher werde ich einmal kurz schlucken, weil wir streamen schon 3 Stunden, Leute! Schlucken, 3 Stunden, schlucken! Gibt es das niedliche Mauspad auch in größer? Leider nein. Wir haben davon jetzt eine bestimmte Stückzahl bestellt, die liegen im Lager. Und ja, die können wir nicht größer zerren oder sowas. Okay, Leute, ich muss mal ganz kurz aufs Klo. Ich bin gleich wieder da. Wir sehen uns gleich! Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Obwohl, warte, ich könnte euch auch in den anderen Pausebildschirm schicken. Haben wir den noch? Haben wir den noch? Was ist das der hier? Ähm. Das ist falsch. Was? Ähm. 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 Ne, ich glaube, das ist der nicht. Moment, warte! Dieser Bildschirm hier. 72. 70. So, das wollte ich nur gesagt haben. Ich habe das eigentlich gemacht, damit ihr meinen Puls beim Pinkeln seht. Aber der ist einfach gefreezed. Und dann habe ich gedacht, okay, wir lassen das jetzt so. Ist egal. Ist egal! Scheiße! Das war Pre-Reserved Roast! Hallo Leute! Ich bin wieder da! Yeah! Aua! Hallo! Steini! Dankeschön Steini! Für drei Monate! Dankeschön! Das war Pre-Reserved Roast! Von Kenichi und Mia! Yes! Oh, ich habe mir jetzt Ananas mitgebracht. Heute frisch. Frisch. Ähm. Frisch aus der Ananas gepellt. Und... Ist die Batterie vom Pulsmesser schwach? Nö, der sagt mir, die ist noch voll. Komm! Aber was ich mal kurz machen könnte, ist die neu einreiben. Ich mache das mal kurz, okay? Malik, ich gucke gleich. Ich mache das mal kurz, okay? Moment! Moment, Moment! Ich mache das kurz! Aus mit dem Teil. Boah, das Ding klebt immer so eklig an einem. Nicht mal wegen dem Schweiß, sondern das muss halt kleben, damit... damit es den Puls gut, gut spüren kann. Und es fühlt sich maximal eklig an. Ah! Lalalala! Warum hat der jetzt Puls gehabt? What the hell? Ich habe das Ding nicht mehr an! Was für einen Puls misst du gerade, mein Freund? Hey! Der will mich verarschen. Der ist nur Puls! So! Der Puls! Die Entität! Die Entität! So, ich versuche es nochmal! Let's go! Ist er drin? Beats per Minute! Oh! 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 Er hat mich! Er hat mich auf jeden Fall wieder! Vielleicht hat er jetzt ja eine stabilere Verbindung! I'm not so sure! Aber vielleicht hat er jetzt eine stabilere Verbindung! There is no Puls! Doch, da ist Puls! Okay! So, Leute! Jetzt können wir uns weiter der Space widmen! Danke, dass ihr noch da seid nach der Pause! Ich habe Ananas! Was? Warum? Mh! 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 Okay, noch eins! Mh! Okay, wir können weiter machen! Ich bin klinisch tot! Ich hoffe nicht! Ich will ja nichts sagen, aber ich bin gerne lebendig! Normalerweise! Imagine dein Puls geht auf Null! Nee! Wenn der auf Null geht, dann werde ich gebannt! So! Ananas auf Pizza, ja oder nein? Hatten wir schon geklärt vorhin? Warum jetzt dieses dramatische Herzschlag-Ding? Ich mag Ananas auf Pizza! Find ich gut! In der Nähe vom Eingang sind diese rotierenden Gravitationsstrahler! Setz mal Stase bei ihm ein! Ah! Okay! Ich dachte mir schon, vielleicht muss ich mit denen auch was machen! Mh! Imagine zu glauben, dass Ananas schmeckt! Ananas schmeckt echt unfassbar geil! I love it so much! Diese Ananas hier ist richtig süß auch noch! So saftig und süß! Amnamnam! So, wait! Aber ich kann ja... Ach, Quatsch! Wie setze ich denn das ein? Ach, doch nicht den Stein! Oh, ich hab keins mehr! Goddammit! Aber ich seh auch nicht, dass es was gebracht hat, oder? Nee! Ananas und Kokosnuss? Bei Kokosnuss weiß ich nicht! Kokosnuss weiß ich nicht so! Warum hängen die beiden hier so? Das macht mir Angst! Du hast mir Wiggle übersehen! Ah, du warst gerade noch genau an dem Punkt, wo wir noch nicht weitergemacht haben! Deswegen hab ich's wahrscheinlich übersehen! Wiggle, wiggle, wiggle! Wiggle, 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 wiggle! Wiggledy-doo! Wiggledy-dey! Wiggledy-wiggledy-doo! Wiggle, 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 wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle! Ist da drin! Danke, Klozeppich! Danke schön! Für diesen Cliff! Baw! 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 Kann ich jetzt? Nee. Also irgendwie hat das nicht ganz so geholfen, wie ich dachte. Oh. Zeit für Ananas. Was tut man mit etwas, wenn... Hä, Yuka, was ist das für eine Frage? Ist das jetzt als Tipp gemeint oder so eine rhetorische Sache? Also, dass ich dir so einen Lebenstipp geben soll. Ich muss dir so einen Lebenstipp geben. Hast du einen Plan? Der Asteroid wird von Gravitationsstrangen gehalten. Es gibt keine Notabschaltung. Ich muss sie auf herkömmliche Weise deaktivieren und den SOS-Sendern... Ach, das meint er damit. Okay. Danke fürs Patpatt. Das verstehe ich nicht. Das funktioniert immer noch nicht. Also, er ist langsamer geworden für ein paar Millisekunden. Aber das war ja gerade eben auch so. Oh, ich kann aber mein Stuff neu holen. Das mache ich kurz. Wee! Mein Lebenstipp ist atmen. Atmen! Oh, die Ananas ist echt geil. Ananas und Nuggies. Das wird's heute. Gedanke, dass du uns alle mit deinem Wissen bereicherst. Oh mein Gott, das Salz. Ist hier noch was? Ja, noch mehr Items! Items! Okay, Leute, aber ich verstehe dieses Rätsel hier gerade überhaupt nicht. Oh, nee. Oh, wow! Why the bonk? Hey! Ich denke, ihr dürft mir mehr Tipps geben. Aber ich verstehe nicht. Ich verstehe es nicht. Komm her! Blut, komm her! Bitte nicht sterben noch mal. Oh, jetzt. Ja, danke. Du warst auf dem richtigen Weg, aber musst auch noch Gewalt anwenden. Äh. So, und dann. Oh. Ich hole mir mal kurz mehr Stuff. Ach, das ist doch jetzt öde. Oh mein Gott, die Ananas ätzt gerade meine Stimmbänder weg, beziehungsweise meine, äh, die Säure ist gerade, ist gerade schön am Ätzen. Äh. Hä? Ich bin gerade in Gravitations-Desorientierung gefangen, aber war hier nicht ein Ort, um Stasa aufzuladen? Wo ist denn der? Hallo? Äh, äh. Ich verstehe dieses Rätsel nicht. Ich verstehe dieses Rätsel nicht. Ich bei Madroid Prime immer echt jetzt. Oh nee. War es nicht hier? Wo ist denn das? Okay. Okay, dann habe ich Pech gehabt. Vielleicht finde ich es gleich von oben nochmal. Schieß drauf. Hä? Ich habe das noch nie gemacht. Etwas verlangsamt und dann drauf geschossen. Wie soll man denn darauf kommen? Hm. Vielleicht. Vor allem, ich finde das andere Ding nicht mehr. Das macht mich fertig. Breath of the Wild-Logik. Ja! Einfach verlangsamen und dann ganz oft draufhauen, bis es rausfliegt. Oder? Ging das nicht so bei Breath of the Wild? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt kein Stase mehr. Und ich weiß nicht, wo ich das aufladen konnte. Ach so! Da sind so Dinger drin, die ich kaputt machen muss. Wow! Ja, sag mir das doch einer! Woher soll ich denn das wissen? Oh mein Gott! Das... Ich muss aber gestehen, das finde ich irgendwie nicht gut designt. Ich wollte mich nicht heilen. Oh, okay. Oh mein Gott! Oh mein Gott! WTF! Okay. Wenn ich jetzt sterbe, dann sterbe ich lieber. Ich habe so viel Muni verschossen. Also wenn ich jetzt sterben sollte, dann lasse ich es zu, meine ich. Ich heile mich jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich habe auch gar nichts mehr zum Heilen, oder? Oh, der hat roten Leuchteaugen! Junge! Okay, das ist okay. Alter, ich bin klug, Leute! Ich bin klug! Genau, der Sound. Warte, was? Verdammt, mir fehlen die 100 Bits zum Applaus. Schlecht investiert, Joka! Schlecht investiert! No! Okay, einmal sanft. Oh! Ich habe Öhrchen! Ich habe Öhrchen! Mit den Höre ich sehr gut! Oh! Okay, ich bin klug. Ich habe Öhrchen. Und ich soll jetzt einmal, ähm... Ich soll jetzt einmal... Äh, 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 äh... Öh, sanft sprechen! Genau, deswegen brauche ich den Timer. Timer! Okay, ab jetzt reden wir sanft für die nächsten Mal. In fünf Minuten. Ich hasse es. Warum muss ich denn jetzt gerade sitzen? Habt ihr alle nichts Besseres zu tun? Alter, da geht mir das auf den Zack, die Scheiße gerade sitzen. So ein Kacke. Okay, ich sitze jetzt gerade. Das ist in Ordnung. Wir machen das. Wir kriegen das hin. We're gonna do it. We're gonna do it. IQ-Brille und Hirndurchlüftung. Jetzt muss es laufen. Ich hasse Rätsel. Und das hier finde ich richtig schlecht designt. For real. Ich hab' das nicht gesehen. Oder ich hab' nicht... Ich find' nicht, dass das so offensichtlich aussieht wie die anderen Stromkreise, die wir hatten. Die waren viel offensichtlicher. Und sie geben keinen Hinweis darauf, dass man Strom unterbinden muss. Deswegen find' ich das ein bisschen eklig. Warte, nehm' ich... Ach, ich nehm' die jetzt. Dankeschön fürs Papa. Dankeschön. Der Puls hängt schon wieder. Der, ähm... Okay, da kann ich nichts machen. Tschüss, tut mir leid. Tut mir leid. Nee, der geht... Nee, der geht gerade so. Oh. Sehr, sehr tief in meinen Ohren. Äh, bitte was, Raven. Bitte was. Ich find' den neuen Song von Dian Ray echt gut. Das Cover. Dankeschön. 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 Juit. Da jietet er durch die Gegend. Oh, jetzt hab' ich dreimal verschossen. Wo ist der andere Bastard? Ey, du lebst ja noch. Hey, Junge. Wie lange lebt der? What the hell? Wo ist der Zweiser? Where is he? Wo bist du? Ich finde dich. Ich finde dich. Mein Kleiner. Ich werde dich töten. Okay, vielleicht war hier einer, aber vielleicht ist er jetzt weg. Ich weiß es nicht. Ist egal. Warte, was hat Lini geschrieben? Ihr müsst wissen, Junge hat einfach einen sehr stabilen und ausgeglichenen Puls. Genau, der hat, ähm, ja, genau. Es ist nicht funktionierende Technik. Nein, nein, nein. Niemals. Oh. Niemals. So, du bist aus. Du bleibst aus. Ist das, das finde ich gut. Hier kann ich nochmal auftanken können. Und dann machen wir dasselbe nochmal oben. Wie kann es sein, dass du in einem Stream so laut und aufgedreht bist wie ein Raudi auf einem Konzert und im nächsten Stream so leise wie ein Kind, das seine Eltern nicht wecken möchte? Also, weiß ich nicht, hast du immer dieselbe Stimmung in deinem Leben? Bist du immer selbst, also hast du immer Lust genau, genau gleich zu sein? Jedes Mal, every freaking time. Ich weiß nicht, auf welchen Knopf. Also jetzt gerade bin ich leise, weil Kanalpunkte eingelöst wurden. Aber so generell habe ich halt auch verschiedene Stimmungen. Und in manchen Stimmungen habe ich halt einfach keine Lust, laut zu sein oder zu schreien. Und manchmal doch. Und jetzt gerade erschreckt mich nichts, deswegen schreie ich nicht. Ich bin nicht, I'm not scared anymore. I am not scared. Einfach so lang durch die Gegend ballern, bis was funktioniert. Ja. Weiß ich nicht, wenn man genug umguckt vielleicht. Aber ich dachte, ich muss was anderes machen. Und das hat mich mega abgefuckt. So, wenn ich die hier verlangsame. Kann ich, muss ich hier dran und dann kann ich das da ranpappen? Nee. Okay, nee. Oh, ich darf wieder normal reden. Okay, guys. Was muss ich jetzt machen? Oh, was ist denn los? Kann ich das hier auch irgendwie, ist da auch Strom dran? Kann ich das auch irgendwie wegmachen? Oh, komm schon. Ah, ich muss Hampelmänner. Mann, Puls, melde dich. Puls. Bitte komm heim. Ich mache jetzt Hampelmänner, wenn mein Puls vielleicht danach wieder auftaucht. Darf Chat das beantworten? Ja, deswegen frage ich ja. Allgemein dürft ihr mir das ganze Rätsel erklären. Mann, ich hasse dieses Rätsel. Bitte erklärt es mir. Ich will weg hier. Die Stelle suckt. Boah. So, ich mache erst mal die Hampelmänner, wenn das okay ist. Ja, mein Puls ist wieder da. Wie auf Kommando. Und. Eins. Zwei. Neun. Vier. Drei. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Oh. 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 Man muss sich sein Problem auch mal stellen. Ja, mache ich doch. Genau so. Oh. Draußen sind nochmal zwei Asteroiden vorbei. Ach so. Oh, you're right. Jetzt kann man da durch, glaube ich. Oh. Okay, ja, ja. Ähm. La, 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 la. Ich bin im Vakuum. Hier schwebe ich. Oh nein. Ich muss umdrehen, sonst verschwind ich im All. Hallo. Oh, da sind sie ja. Hallo, hallo. Oh nein, du. Ich hasse dich. Du kleiner Bastard. Ich erschieße dich. Ich meinte jetzt nicht. Ich meinte nicht dich, Alura. Du bist kein Bastard und ich erschieße dich nicht. Aber, ähm, ja. Äh, so. Und weiter geht es. La, 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 la. Ah, ich mach das hier aus, boop. Achtung. Gravitationsstrahl gelöst. Okay. Soll ich, vielleicht soll ich nicht hier raus. Oh, soll ich das hier drauf packen? Oder was ist das? In all gibt es keinen Fall, warum können wir den German? Pst, 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 pst. Nicht alles muss Sinn machen. Oh, jetzt. Ja. Oh nein. Nein, so viele kleine Wichser. Viele kleine Wichser. Oh, 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 oh. Oh. Können diese Wichser machen? Geht einfach, verrecken. Oh, ich hasse alles. Oh, ich ersticke. Ich ersticke. Oh nein, wo ist Sauerstoff? Ich ersticke. Ich muss rein hier. Ich brauche Sauerstoff. Nein. Ich hab nichts mehr. Lass mich rein. Oh mein Gott. Ah. So eine Scheiße. Bruh. Bruh. Nein. Ich muss alles noch mal machen. Ananas Zeit. It's Ananas time. Ich stecke mir eine Ananas rein. Wow, wow, wow. Ich mach mal nicht. Oh. Ey. Nachstisch. Was war denn das? Ich hasse die Stelle. Aua. Ich hoffe hier nachts das Kapitel vorbei. Alter. Dann wird erst mal Party gemacht. Hm. You okay? Hä? Hm? Was? Was? Wieso denn? Mir geht's großartig. Hm. Wann denkst du, wirst du deine menschliche Gestalt zeigen? Hm. Ich tue mir leid, aber ich bin kein Mensch. Hm. I'm always a goat. Always a goat. So. Gestärkt vom Ananassaft. Oh, das hören wir noch zum nächsten Mal. Ah. Ja, das muss man auch auf dem Sinnweg kaputt machen. Ja, mach kaputt hier. So. Oh nein. Jetzt werde ich angegriffen von irgendwelchen. Fuzzelis. Komm her, Fuzzi. Wo bist du denn? Ich hasse Schwerelosigkeit. Ich sehe ihn nicht. Vielleicht springt er mich an. Da. Uh. Jetzt habe ich ihn verloren. Ich hasse diese Passage. Da jetzt. Da sind zwei. Da sind die zwei. Gerade eben war da bei mir nur einer. Aua. Ich habe auch Gefühle. She's the goat. Meine Güte. Oh nein. Ich glaube, ich habe den Part verpasst. Das tut mir leid. Sorry. Ich war gerade im Mario-Film. Das ist pure Nintendo-Nostalgie. Oh, echt. Ich gehe auch bald. Ich gucke den auch bald, den Film. Park. Ginger hat leider in der Stunde nicht gut aufgepasst, in welcher in der Sikobus-Schule die Menschenverwandlung dran kam. Ach so. Ja gut. Ich kann mich natürlich in was verwandeln, was keine Hörner hat, I guess. Aber. Also. Wie jetzt. Aber das ändert ja nichts daran, was ich bin. Wer ist eine Ananas? Ganz tief im All. Ey, den finde ich gut. Nein! Jetzt muss ich schon wieder gerade sitzen. Ich hasse euch. Ihr macht mich gerade... Es macht mich alles aggressiv. Also eigentlich macht mich nur dieses Spiel hier aggressiv. Aber ihr macht noch so das i-Tüpfelchen. Es ist so anstrengend. Ich saß... Ich war jetzt nur... Ich bin den ganzen Stream nur am gerade sitzen. Oh, ich bin negativ, Ginger. Ich bin den ganzen Stream am gerade sitzen. Es nervt mich langsam. Ich durfte nur fünf Minuten mich wieder entspannen und in den Sitz reinpacken. Aber ist kein Problem. Wir machen das schon. Das wird schon. Lass mich bitte mal hier durch, mein Freund. Durch, mein Freund, mein durch, ihr Freund. Lassen Sie mich bitte durch, mein Freund. Ich muss einmal hier durch. Upp. Ich muss einmal hier durch. Lalalala. Lalalala. Jetzt stimmt doch, du. Oh, Schwerkraft. Ich muss einmal hier durch, mein Freund. Achtung. Gravitationsstrahl gelöst. Gravitationsstrahl gelöst. Positive Energie. Ja, positiv. Positiv. Positive Dicks. Großartig. Hat die Welt nicht gesehen. Oh, ich kann das Medipack nicht reinnehmen. Jetzt. Ah, du Wüchse. Niemand liebt euch. Niemand. Niemand liebt euch. Ach, der ist schon tot. Jetzt geht er sterben. So, wollte ich nur gesagt haben. Ihr habt andere bei euch auch? Gibt es bitte. Okay, danke. Ich glaube, ich habe das schon. Ich glaube, Ginger hasst mich langsam. Ach was. Planung 8772 ist nicht mehr gesichert. Ungeschultes Personal muss den Abwehrsektor sofort verlassen. Schieße den Asteroiden ab. Kann ich das bitte drin machen? Bewegt sich das Ding gar nicht mehr? Oh, oh, oh. Oh, du, ich das. Aua, why the bonk? Hallo, ich muss hier kurz Dinge abschießen. Kann ich das von hier machen? Oh, da kann ich jetzt einfach hier rein. Och, danke schön. Ah. Oh, warte, jetzt kann ich bestimmt hier. Ja, genau. Hier, da kann ich das machen. Hallo. Ich möchte bitte... Ich... Hallo. Ich möchte bitte... Hallo. Hm. Jetzt kommen wir alle mal wieder runter. Alter, Noxdash, habe ich mich eigentlich bedankt für neun Monate. Danke für dein Resub, Bro. Dankeschön. Sol, danke auch dir für neun Monate. Hallo. Ich liebe diese Kombinierbarkeit von Ginger. Ginger mit Ohren, Ginger in Rot, Ginger in Rot und mit Ohren. Dann klingen die Ohren ab und es ist nur noch Rot. Hat so ein bisschen was von einem Ginger-Baukasten. Das sind halt die Redeems. Das geht alles mit der Kanalpunkte-Interaktion. Das geht alles, äh, Integration. Das geht so fließend ineinander über. Und ihr könnt mich immer customisern. Das möchte ich auch mit meinem 2D-Model dann. Möchte ich genauso. Ginger-Baukasten. Bitte baut mal nicht an mir rum. Das finde ich nicht gut. Oh. Oh, oh, oh. Und Brille. Ja, ja, es gibt ja auch noch Brille. Und, nee, ich glaube, es war's. Ich glaube, es gibt dann nur noch die Brille. Hä? Wo war das an einem bestimmten Ort? Schwererlosigkeit deaktiviert. Fährt zuerst eine Million Kanalpunkte aus. Gibt, schalte den geheimen Ginger-Rainbow-Skin frei. Ey, aber ich leuchte doch bei Hypetrains schon immer bunt. Ah, vielleicht ist das hier. Nee, muss einfach die zweite Tür, kann das sein? Leute, wo ist... Wo kann ich den Asteroiden wegschicken? Das macht mich ein bisschen fertig. Ich merke jetzt erst, dass die Fuchsohren auch rot sind. Ja, die sind auch rot. I'm gonna putt these ears. No, don't putt. Okay, vielleicht einmal ganz kurz. Einmal ganz kurz ist okay. Ist nicht so schlimm wie mit meinen Hörnern. Achso, die Zielfindung. Ach, stimmt, ihr habt recht. Zielfindung, FTW. Wir nehmen die Zielfindung. Es gibt noch den Bart, aber den gibt es nicht als Kanalpunktbelohnung. Dankeschön fürs Bad-Bart. Oh mein Gott, diese diepe Frage. Bist du eigentlich happy mit deinem Leben? Wo du zur Zeit bist? Dass du das machen kannst, was es dir Spaß macht. Ja, ich bin mega happy. Es gibt immer Momente, wo ich sad bin. Ähm, aber das ist normal. Oh mein Gott. Aber, ähm, also ich liebe meinen Job. Ich liebe es, dass ich das hauptberuflich machen kann. Und ich könnte mir, ich kann mir legit mittlerweile gar nicht mehr vorstellen, in einen anderen Beruf zu gehen. Weil ich glaube, dass ich da nie so, so aufgehen würde, so glücklich werden würde, wie hier. Ähm, ja. Das denke ich mir immer wieder. Je länger ich das hier mache, denke ich, boah. Ich glaube, also, dass ich das hier machen darf, ist so ein großes Glück. Und, ähm, mir würde das echt fehlen. Ich würde, also, weiß ich nicht. Nichts würde mich so glücklich machen. Könnte mich so erfüllen. Ähm, aber natürlich bin ich auch mal traurig. Oder, keine Ahnung, gibt es auch Dinge, die mich manchmal mitnehmen. Oh, das sieht irgendwie jetzt gefährlich aus. Ich gehe auf wie ein Hefekloß. Ja, ja, nur dank, dank euch bin ich jetzt fett. Nee, Moment mal. Warum ist jetzt eigentlich hier schon wieder Feuer? Ich habe übrigens das Déjà-vu zum letzten Stream. Ich hasse alles. Das heißt, wir haben Ginger noch eine Weile an der Backe. Oh mein Gott. Ihr habt aber jetzt nicht gefragt aus Angst, dass ich, dass ich aufhört zu streamen, oder? Oh mein Gott, nein. Ich habe die Stelle gerade in dem Spiel mega gehasst, aber sonst. Kennst du Fisky? Nee, ja, natürlich. Natürlich. Alleine wie oft er mich zu Sachen einlädt. Oder bei Dokumistuff und so. Ich war tatsächlich auch bei seinem Stream, das eine Mal. Das stimmt. Oh mein Gott. Was ist das eigentlich hier für eine hotte Angelegenheit? Was liegst du hier eigentlich? Hä? Günther? Okay. Oh, ich bin klug. Oh, look at me. Ach, sowas gibt es auch. Es gibt Jobs, die einen erfüllen, wenn man nicht immer schlecht gelaunt nach Hause kommt. Ich bin, also nach meinen Streams bin ich in den meisten Fällen immer richtig ekelhaft gut gelaunt. Richtig ekelhaft gut gelaunt. Und Leute, wisst ihr, was wir auch machen können bald? Es ist bald Zeit für das, was ich angekündigt habe vor Ewigkeiten. Für die grandiosen Anti-Fist-Montage. Ja! Ich wollte so lange schon Anti-Fist-Montage machen und bald wird es wahr. Ja! 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 Die Anti-Fist-Montage sind Montage, wo ich streame und die besonders cozy und entspannt sind, sodass der Montag, der euch gefistet hat, nicht mehr ganz so schlimm erscheint. Mh! Ultimate Satan! Danke für 300 Pits, dankeschön. Kannst du das bitte in Zukunft anders formulieren? Nein, so werde ich das nennen. Cozy und entspannt. Yes! Da in den Streams möchte ich tatsächlich vorlesen. Ich möchte Montag, vielleicht verschieben wir es auch irgendwann doch auf einen anderen Tag, aber ich würde es Montags erstmal probieren. Ich will, ich möchte, möchte was vorlesen. Tatsächlich, das erste Buch, das ich euch vorlesen möchte, ist, vielleicht kennen das einige von euch, Der kleine Prinz. Junge! Erst diese Diebe-Frage und dann das Dankeschön! Danke, danke! Für 10 Abos! Dieser Stream ist einfach insane. Also die ganzen letzten Streams sind einfach insane. So, ich muss einmal ganz gucken. Ganz kurz gucken. Oh, ich habe jeden Montag frei. Darf ich dann trotzdem schauen? Ja, ist okay. Ew, ich hänge irgendwie in seiner Haut drin. Yes, quasi gute Nachtgeschichten. Genau, wir machen den Stream gegen Abend. Wahrscheinlich fange ich so gegen 20 oder 21 Uhr an. Und dann geht der Stream so eine Stunde, eineinhalb Stunden so viel lesen und so. Ist ganz schön anstrengend. Und das ist tatsächlich einfach ein Stream, wo ich euch dann ein bisschen was aus dem kleinen Prinz vorlese, falls ihr es kennt. Und falls nicht, Der kleine Prinz ist eine, es klingt wie ein kleines Kinderbuch, aber das ist eine unfassbar schöne Geschichte, egal für welches Alter. Oder ein schönes Buch. Ist eines meiner Lieblingsbücher, deswegen will ich das mit euch lesen. Und das eignet sich einfach gut als, ähm, fuck, ist die Batterie nicht mehr da? Nein, ich muss sie mitnehmen. Okay, nochmal zurück. Äh, eignet sich einfach gut als, ähm, etwas, das man immer kapitelweise so als Gute-Nacht-Geschichte lesen kann. Da strecke ich dich mit dem Dicksonst. Oh mein Gott. Oh, zum Glück ist der so schnell gestorben. Alter, hat der mich erschrocken. Zu der Zeit könnte ich das prima auf dem Fernseher zum Einschlafen laufen lassen. Ja, ja. Ist noch damals, als Tom auf dem Discord Bücher vorgelesen hat, das war cozy. Oh mein Gott. Yes, da hab ich so Bock drauf. Jetzt zieh dich Subs an den Kopf, das passt doch, Red König, ne? Lieber Red, bitte, pass auf dich auf, ja, schau, dass es dir gut geht. Ich. Ich wollt grad sagen, der überlebt doch wohl nicht lange. Aber kann ich hier so seinen Stachel mitnehmen? Och, ich nehm das hier. Das geht auch gut. So, da ist ja schon die Batterie. Hm. Kommt jetzt auch noch ein Vieh? Cool, gute Nachtgeschichten. Ich freue, liebe diese Montag jetzt schon. Yeah. Ich hoffe, dass euch das gefällt. Ist halt absolut kein actionmäßiger Stream dann. Ich werde wahrscheinlich auch die Alerts dann stumm machen. Mich ganz am Ende nur bedanken für Dinge, für Donations und so, die reingekommen sind. Und dass es so wirklich ein ganz, ganz, ganz cozy Stream wird. Och, das ist ne ganz schön stressige Passage. Ich hab auch Angst, die Batterie brennt ab, wenn ich die da zu nah ran halte. So. Meine Güte. Der kleine Prinz war die Theaterrolle von Dirk Bach, die er nicht mehr spielen konnte. Oh, ich hab keine Ahnung. Das sagt mir gar nichts. Bitte nur Red. Ich find das so komisch, warum ich King nenne. Nee, alles gut. Ich hab auch gerade gedacht. Ich glaube, ich nenne dich einfach nur noch Red. Es kann sein, dass ich dich manchmal doch mit vollem Namen, äh, äh, nenne. Weil das passiert einfach aus dem Effekt, wenn ich den Namen dann vorlese. Aber ich glaube, wenn ich so da dran denke, dann gerne. Gerne, gerne der Red. Der Red. Gurke. Okay, das geht natürlich auch. Ähm, Gurke ist natürlich auch ein... Äh, wir... Dankeschön. Halte mich, Satan. Dankeschön. Dankeschön, danke. So, ich muss ja runter, stimmt. Ah, einmal Zwinkorn, Zwinkorn, Zarün. Zarün. Hallo, Zarün. Hallo, ich grüße dich. Hallo, hallo. 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 Oha, das, das muss, das, das muss, das muss reichen. Hm. Wenn das cozy und entspannt nach Ginger-Standard ist, wird es montags laut. Nein, ich will wirklich nicht, dass es laut wird dann. Das ist der einzige Stream. Der ist ja auch dann nicht lang. Also, wie gesagt, so eine Stunde oder so, denke ich, wird der Stream dann montags immer lang. Und dann lese ich einfach so ein paar Kapitel, je nachdem, wie es halt zeittechnisch passt und stimmmäßig. Es geht halt auf die Stimme lange vorzulesen, das ist anstrengend. Ähm, ja. Kennst du Cold Vein? Ja, ich kenne das. Ich habe das aber abgebrochen tatsächlich. Das hatte mir nicht so gut gefallen. Ich mochte die Visuals. Ähm, aber das Gameplay hat mir einfach nicht so zugesagt. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Oh mein Gott. Oh Gott. Äh, äh, T-Monk. T-Was? The Monk Momo? Ist das richtig? The Monk Momo! Dankeschön für fünf Monate. Scheiße, du subs schon seit fünf Monaten. Das ist jetzt peinlich. Dass ich den Namen gerade nicht lesen konnte. Ja, Ladung freigeben. Weg mit dem Sender. Oh mein Gott, jetzt werde ich doch gefistet, oder? Das ist doch der Fistraum. Du bist online und sendest im Breitband. Ich richte den Empfänger aus. Das wird eine Weile dauern. Geh zurück zur Monorail-Station. Ganz zurück an den Anfang, glaube ich, ist das. Ist es wirklich so weit? Nein, das war so klar. Nein! Gefährliche Anomalie registriert. So lange der Jäger da ist, kann das System die Abriegelung nicht aufheben. Du musst die Tür in die Regelung überbrücken. Ich versuche. Oh, Junge. Ach, das ist der. Der ist der Platinen gekillt. Fast geschafft. Halte durch. Ich habe Druck auf die manuelle Entriegelung. Wo ist denn die manuelle Entriegelung? Es geht weg! SOS, Affenalarm. Zieh die Stäbe raus. Doch, pass gut auf! Jan, hilf mir mal! Wie random! Jan kann mir nicht helfen. Irgendwann kommt Jan in den Stream und denkt sich so, what the fuck. Nein, Jan! Oh, sorry. Ich bin kurz, ähm, ausgespaced. Ja, 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 ja. Putt, 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 putt. Ich habe mich nicht über den Putt gefreut, nein. Das, ähm, nein, das sah nur so aus. So, das war eine optische Täuschung. Eine optische Täuschung. Ich will dir einen Knochen geben. Was will ich mit deinem, was will ich mit deinem Knochen? Was willst du? Okay, also es war auf jeden Fall... Nox, Dash, warum so spät? Warum noch Salz in die Wunde? Och, bin ich dumm? Warum habe ich denn jetzt das gemacht? Ich wollte das Ding herholen. Aber das hier, das, wie mache ich das? Mit F oder so? Okay, wir machen das, wir, 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 wir tun das. Ach, wir tryen again. Ach man, was ist denn jetzt los? Ja. Ja. Das ist extrem verzögert. Ach so, oh, ich dachte, du wolltest einfach... Okay, Red, danke schön. Vielen lieben Dank. Ich bin angespannt genug, ey. Wie über dieses Virus, ähm, dieses Radiation. Oder nee, ist das nicht sogar Virus? So, dem das Bein abschießen ist, glaube ich, eine gute Option. Oh, das ist ja nicht so, dass wir hier in den Türentriegelung nicht aufheben. Du musst die Türentriegelung überbrücken. Ich versuch. Die Explosion hat die Hälfte der Platinen gekillt. Fast geschafft. Halt sie durch. Ich hab's. Drück auf die manuelle Entriegelung. F. Manuelle Entriegelung bereit. Ah! Wo kommst du immer? Verdammt, versuch die Tür zu atmen. Oh, Junge! Ich hab's gehoben. Kommt der jetzt? Boah, dass ihr jetzt meinen Puls nicht sehen konntet. Alter, hat das mich... Boah! Boah, hat mich das fertig gemacht. Oh, fucking hell. Nutella! Schön, dass du dabei warst und gute Nacht, ja. Nach dem Stream ist Ginger seelisch kaputt mit den ganzen Alerts. Ich bin die letzte... Ist das die ganzen letzten Streams? Nein, jetzt hör auf! Das ist die ganzen letzten Streams schon so schlimm. Oh, mein Gott! Ach, jau! Jetzt läuft der Puls weiter. Ist ja nett von dir. Dankeschön. Oh! Ohren haben einmal existiert. Sorry, tut mir leid. Ich wollte euch nicht... Doch, nimm! Nein! Wie doch? Nimm! Geh weg, Paul! Oh, Junge! So, ab zum Monorail Station. Mir kann ja jetzt nichts mehr tun. War hier nicht eine Bank? Hier zum... Ich muss mal ganz kurz. Oh, fucking hell. Das klang nicht gut. Holy fuck. Oh! Hä? Da kam... Da kannte er, warum du jetzt auch noch? Das ganze Osterschießen? Was ist denn Osterschießen? Hier fangen Yenya, Yenya's Miele. Aluvra! Ihr verschwört euch gegen mich. Was ist gerade los? Was passiert hier? Nein! Geh doch weg damit! Ich will nicht! Wer keucht mir da eigentlich ins Ohr? Das ist... Hä? Shurani! Dankeschön! Danke für 100 Bits. Nein, ich will Ultima... Ich will keine Bits. Was? Naida, danke auch dir für 100... Was passiert hier? Macht mich fertig. Was... Was zum... Ich... Nein, ich... Ach, der Gruppenzwang. Holiday! Dankeschön! Auch dir für 100... Was passiert hier? Was? Ich... Okay, dankeschön. Vielen lieben Dank. Ich kann das hier verkaufen. Und das hier verkaufen. Ich habe noch nie was vom Osterschießen gehört. Ja, ich auch nicht. Jetzt nimm doch endlich. Sind doch meine Letzten. Ja, zum Glück. Alter, zum Glück. Ich... Oh... Ja... 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 Oh, was... Ähm, was... Jetzt hör auf! Die gehen auch noch! Loil Games! Ihr macht mich so fertig! Nimm und sei glücklich! Was? Eddie! Nein! Ich habe auch noch welche. Dieses Alert klingt einfach so, als würde sie es sich endlos wiederholen, aber ihr... Legger Bitties! Legger Bitties! Euli, dankeschön! Ich danke Euli! Vielen lieben Dank! Oh, es hat aufgehört! Dankeschön! Hallo, Majora! Hallo, hallo, hallo! Oh, Alter, wer ist denn da so am Keuchen? Der soll sich mal beruhigen! Hallo, Zaun! Danke auch dir nochmal! Danke für 100 Bits! Danke! Löffel, danke für 100... Wie viele Bits sind denn das jetzt? Wisst ihr, wie viele Bits das sind? Das sind zwar nur 100, aber wenn ihr... Alter Junge, ich bin... Legger Bitties... Nein! Legger Bitties! Ah! Jetzt werden die manchmal öfter doppelt abgespielt! Scheiße! Legger Bitties! Legger Bitties! Was war das denn? Legger Bitties! Was? Danke, King Ghost Tracer! Okay, Yukaku! Nicht... Wie viele Bits sind denn das jetzt gerade? Aloha, danke ich! Hä? Niemals aufhören! Nein, ich... Dankeschön! Zaun, danke! Hallo! So, ich will das hier! Inventargröße wird erhöht und ich krieg mehr Rüstung! Ich will das! Gib mir die neue Rüstung! Aua! Das waren 2300 Pits! Dankeschön! BGM! Ja, Lini, ich auch nicht! 2400... Was macht ihr da? Warum? Ich... Hallo? Ich... Nein! Ultima isight and Dank für drei Monate! Danke für den Rüstung! Dankeschön! Boah, sehen wir jetzt cooler aus? Sehen wir cooler aus jetzt? Okay, René, vielen lieben Dank! Ich... 2500 klingt besser! Nein, ich... Okay, reicht ja jetzt! Ist doch schön jetzt! Passt so! Danke! Ich muss mich direkt mal heilen! Ich... Dankeschön, Naira! Dankeschön! Und Schurani! Ah! Zweit... Fuuuuck! Ah! Ich... Was? Backe! 3500 ist schöner im... 3500 ist aber schöner! Nein, ist nicht schöner! Ihr macht mir grad Angst! Warum? Wie? Ich hab das schon... echt lang... nicht gehabt! Beziehungsweise... Ich hab das einfach sehr selten, dass ihr... mich so bedroht! Innerlich! Ich fühl mich bedroht! Ich habe so ne tiefe Angst in mir! Ich... Ich... Ich mache nichts! Und ich... Ihr macht mir Angst einfach! Ihr macht mir Angst! Was passiert hier? Ultima isight and Barron! bigisexchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchch Wir machen doch auch nix. Nein! Ich wollte mich nur waschen. Ich... 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 Wie war das mit Horror und Angst vorm Stream? Alter, ihr macht mich fertig. WTF? Was? Also wirklich, ihr macht mich so fertig. Was zum Fick? Ich danke schön. Nein, nein, nein. Junge, was? Ja, Kloteppich. Kloteppich gibt's doch auch so. Oh, du musst los. Danke für 50, Biddy. Und Zaun, danke für 100, Biddy. Boah, holy. Alter. Erstmal Dark Hunter. Danke nochmal für 5000 Bits. Spb. Lega Biddy. Lega Biddy. Jo, ähm, ja, wir zappen mal, weil wir streamen schon vier Stunden, schlucken, ja, haha, oh Gott, mein Freeze-Face ist gerade ein bisschen weird Punkt, Punkt, warum hat er nur zwei Lopfer? Hallo, Frau, danke schön Schlucken Grand Brody, danke für drei Monate, vielen lieben Dank, ich, danke schön Akatsuki Chozo, danke schön für 100 Bits So, in zwei Minuten können wir weiterspielen, ja, ich danke, danke Zaun für 100 Bits Surani, du warst noch gar kein Sub, das gibt's doch nicht Dankeschön für deinen Sub, oh, hallo, ich bin wieder Normal Colors Hi, dankeschön für deinen Sub, willkommen bei den Ginger Ninjas Seraphie, dankeschön für 15 Monate Da kann dann nochmal, warum 5000 Bits und 50 Subs noch, du hast schon so viel gegiftet und Was ist denn los mit dir, holy, danke schön, was, was ist diese, ich hab wirklich Angst, ihr macht mir Angst Leider, leider, danke auch dir Für deinen Sub, willkommen bei den Ginger Ninjas Ähm, okay, ja, danke schön Und Noxtash, danke auch dir für 50 Subs Oh, was ist dieser Stream, Sarufin, danke für deinen Turtle Sex, 3000 Bits, ich Bitte lass morgen ein ruhiger Stream sein Bitte lass uns morgen einfach Ostern feiern Bitte, ich ertrag das sonst nicht mehr Ich ertrag Oh Ich Ich brauch jetzt schon den Entfistungsmontag, glaub ich Ich Ne, 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 du, no Danke für 6 Monate, hallo Boah, ich atme zu viel Hyperventiliere grad ein bisschen Oh, einmal kurz Und eine Ananas Streamer Breakdown Ich weiß nicht, was ich sagen soll Ich, danke schön, aber ich Was soll ich denn sagen Ich bin Ich Das gestern hat mich schon traumatisiert Ich verbinde Dead Space Jetzt immer mit Angst und Schrecken Und das nicht unbedingt nur wegen dem Spiel, sondern auch wegen euch Frustessen Vielleicht ein bisschen Ja, stimmt Oh Ich hab war gestern nicht da, was war da? Ach nichts, ach nichts, wir müssen nicht darüber reden Löffel Löffel Löffel, danke schön Für 6,66 Euro Ich brauche wirklich nichts Okay, Leute Ich Ich weiß nicht, wie oft ich das sagen soll Ähm Ich Ja, ich hab ein monatliches Subgoal da Aber Aber die Betonung liegt auf monatlich Wir haben den ganzen Monat Zeit Ach, warum bist du denn jetzt hier? Wo muss ich denn jetzt hin? Ach ja, ist okay Ach, geht doch einfach alle weg Ach, jetzt verpiss dich doch Kommen die hier rein? Jetzt ist Schluss Sind keine Bits, aber dein Assersinne Schlägt wieder zu Dankeschön, Zaun Ich Ich Jetzt hört doch auf, Leute Hundert Ja, es sind auch gerade eben öfter mal Mehrere hundert Euro geflogen Das sieht man vielleicht nicht unbedingt Wenn jemand Äh Äh Ja Ein paar 5000 Bits da lässt Aber das sind dann auch Über 100 Euro Oder Ein paar Ja, sowas hier Sind auch irgendwann mal 100 Euro Ich Hallo, verdanke Lord of Angels, gute Nacht dir 11,11 11,11 Ultimae Satan, danke auch dir für 11,11 Euro Ich Dankeschön Ich Das System spielt wieder verrückt Ich sehe wieder Kamerastörungen Die wie mein Bruder aussehen Er winkt mir zu Wenigstens ist der Sender unterwegs Ich richte mal die Ja, schnüge Nein Scheiße Die Kommunikation Wir haben sie nie repariert Es lag wohl doch nicht am Encoder Och nö Hoffentlich waren die 48 Stunden auch falsch geschätzt Ohne Kommunikation keine Rettung Nimm die Monorail zur Brücke Ich öffne die Tür zum Kommunikationsraum Guck du, was mit dem Array passiert Und keine Sorge wegen Nicole Wir haben uns das Sie wird das richtige tun Ja, cool Also heißt das jetzt Das war umsonst Was ich jetzt gemacht habe Die Scheiße da Großartig Schaust du morgen Demon Slayer Staffel 3 Oh, fängt das morgen an? Gibt es das auf Crunchyroll? Gibt es das auf Crunchyroll? Was? Ach, ich glaube, das kenne ich das Vieh Oh, was bist du denn? Oh, was bist du? Ah, 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 ah Lass mich einfach speichern Oh mein Gott Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es direkt morgen gucke Aber, ähm, Demon Slayer Hab Bock Ich hab Bock auf Demon Slayer Demon Slayer ist fricken gut Oh, Kyrobo Danke für Sex Von 30 Monate Hallo Hi Leute, vielen lieben Dank Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll Ich weiß nicht, was ich machen soll Es fühlt sich so falsch an Einfach weiter zu spielen Auf der einen Seite will ich nicht nur hier stehen Und eine kaputte Schallplatte sein Und sagen, ey, yo, danke Danke, yo Die ganze Zeit Und auch Ich will ja auch euch das Spiel zeigen Und nicht nur hier sitzen Und heulen gefühlt Und Ah Und ich weiß nie, wie ich damit umgehen soll Und was ich Oh Junge Boah Was ist deine Meinung zu Chainsaw Man? Äh, ich hab Chainsaw Man Also ich kenn den Manga nicht Finn hat den Manga gelesen Und liebt ihn Und war auch ein großer Fan Zum Beispiel von der Anime-Version dann Und äh Ich kenn den Manga nicht Aber mir hat auch die Anime-Version Extrem gut gefallen Chainsaw Man ist großartig Absolut nice gewesen Ich hab Es so genossen Jede Woche War, glaub ich, wöchentlich, ne? Die neue Folge zu gucken Akatsuki Toto Danke für dein Subgift Ich brauch nichts mehr, Leute Alles gut Hm Wenn das so weitergeht Musst du Superchat-Readings einführen Nee Nee Weiß ich nicht Dich zu hauen war sehr befriedigend Ginger, alles gut Kannst weitermachen Oh mein Gott Okay Supi Großartig Warte mal Bevor ich hier jetzt irgendwas kaufe Vielleicht kann ich kurz Ähm Mal in mein Inventar gucken Was haben wir da Schönes Boah, ich hab so viel Platz jetzt Das ist ja großartig Dann will ich bisschen Ich brauch Heilung Die einzige Szene Die einzige Szene, die ich nie vergessen werde Das ist der Kotzekuss Ja, der Kotzekuss war anders besonders Boah, Junge Chainsaw Man war mega, vor allem der Manga Ja, Finn hat das auch gesagt Ich bin halt niemand, der Manga liest Deswegen, I don't know Der war Der war im Anime sogar zensiert Boah, besser so Ganz ehrlich Das hätte ich nicht sehen wollen Mir reicht die Vorstellung Wir reden nicht über die Stelle Doch, die war großartig Die war so gut Die war so awesome Kobeni ist Best Girl Nee Nee, die hat mich übel genervt Die hat mich übel abgefuckt Ich hab zwar gehört Dass sie von einigen Best Girl ist Aber nee Absolut nicht Mein Best Girl Ja Ich darf das nicht sagen Ohne zu spoilern Auf jeden Fall Hab ich ein anderes Best Girl Aber ich glaub Wenn ich mit der Andeutung Wisst ihr glaub ich Was ich meine Warum ich das grad so gesagt hab Kann ich vielleicht hier Kann ich mich upgraden Mag ihn mal Ich hab überhaupt Also das ist doch die mit den coolen Augen Ne Die man von Anfang an auch schon sieht Werkbank Achso Ja, das hier Ja, macht Sinn Äh, 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 ähm Ähm Und Äh, oder? Oder? Ich find die hat irgendwie Hat ne interessante Aura Um sich Oh, ich kann die Greifreite Greifreite höher machen Krasser Scheiß Und was macht das hier dann? Gesundheit Ganz ehrlich Steck ich alles hier rein Alles in meinen Suit Ich mag Verteidigung Mag ihn mal so richtig geil an Kenny Das liebe ich Ja Das ist voll gut Darf ich spoilern? Nein What the heck? No Deswegen hab ich doch jetzt auch extra nicht gespoilert Wtl What the hell Alter, das Intro ist super Ich hab das in meiner Ovo-Playlist Auf, äh, Spotify Meine Ovo-Playlist ist quasi meine Das höre ich jeden Tag Playlist Die könnt ihr auch öffentlich einsehen Auf Spotify bei mir Da ist alles drin Was ich liebe Boah, Junge, Alter Was war das jetzt Das Timing Cool, dass jetzt das Licht angeht Der echte Jack the Ripper Danke für 100 Bits Dankeschön Oh, Junge Meine Ovo-Playlist ist voll mit deinen Covers Oh, Mann Dankeschön Junge 들 Was ist Lass mich durch! SOS? Ich hab ne Errungenschaft gekriegt, SOS. Ins leere. Oh, wir haben Kapitel 7 abgeschlossen. Finally! Finally! Alen & Carry Sägeberg, Bad Sägeberg ist unser ganzer Stolz. Im Sägeberg, Bad Sägeberg gibt's viel zersägtes Holz. Das Sägeberg, Bad Sägeberg ist der totale Bringer. Im Sägeberg, Bad Sägeberg hat niemand mehr zehn Finger. Yeah! Wie random das kam, Noxdash? Warum? Oh Mann, das sind so viele Bits, ne? Das ist alles, ist, ja, ich fühl. Oh, hies ich nicht. Was soll ich in den Chat schreiben? Alles, was du gerade schreiben möchtest. Nur bitte die Chatregeln beachten und respektvoll sein. Aber du musst auch nichts schreiben, wenn du nicht möchtest. Oder wenn dir nichts einfällt. Party, Noxdash, danke schön. Warum sehen wir jetzt so lange so eine Fahranimation? Ist das despawned? Es war so klar. Hatte ich nicht hier so einen... Hab ich gespeichert vorher? Was ist das? Hast du das Spiel mit dem Ofen fertig gespielt? What the fuck? Okay, es geht weiter jetzt. Alter, hatten wir das in Schrecken angejacken. Das ist meine scheiß Spitze weg gewesen. Oder ich find sie nicht mehr. Was steht hier denn? Woman? Hä? Warum steht da Woman? Vielleicht steht auch Wanger. Man weiß es nicht. Ich weiß alles. Ja! Was macht ein Militärschiff hier drauf? Ja! Patrouille vielleicht? Egal. Ich würde mich jetzt sogar von Piraten retten lassen. Geh zum Kommunikationsraum. Sobald das Array repariert ist, bekommen wir schon unsere Antworten. Oh. Oh, boh, 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 boh. Boah, boh, boh. Woman! Woman! Wenn du dich erschreckst, klingt es, als hättest du Schluck auf. Ja, ich glaube, wenn ich manchmal so ein bisschen mich erschrecke und dann so queeke, queeken kommt halt wahrscheinlich dem Schluck auf dann doch recht nah. Oh ja, unsere Wohnung ist recht gut isoliert. Also man sollte nicht viel hören. Meine Nachbarn haben sich noch nie beschwert. Ich habe auch noch nie was von meinen Nachbarn gehört. Im Gegensatz auch. Also ich glaube, wir hören uns hier wirklich nicht. Oh! Leute, ich würde aber an dieser Stelle schön zum Kapitel 8 einen Cut setzen. Ihr macht mich echt fertig. Ihr macht mich echt fertig. Ja, bald der DB-Song. Nee, was? Haben die auch einen gemacht? Nee, nee, nee. Bad Sägewerk. Das ist schon nice. Das lassen wir so. Das passt so. Nur sind die Fenster gefühlt in jedem Stream offen. Ich muss ja auch mal lüften. Es ist ja auch warm hier drin. Meine ganzen Ausdunstungen werden wärmen das Zimmer so. So Leute, ich mache mir jetzt Nuggies. Jetzt esst danach meine Ananas. Und beim nächsten Mal, nächste Woche können wir schön wunderschön mit Dead Space weitermachen in Kapitel 8. Weißt du, wer deine Nachbarn sind? Ich habe gefühlt alle schon gesehen, weil ich von dem ganzen Haus die Pakete annehme. Ähm, ja. Deswegen, ja, ich denke, ich kenne alle soweit. Okay, auf jeden Fall. Puh. Gönn dir die Nuggies. Dankeschön. Ich brauche sie. Ich habe echt Hunger. Ähm, bin echt hungrig. Woh, woh, woh. Wenn ich weniger HP hast, kann ich mich bei der Bank vollheilen, wenn ich die TP verbessere. Oh. Ah, okay. Okay, okay. Damit machst du dem Paket zu stellen das Leben leichter. Ich bin manchmal nicht so happy, aber ich sage immer, okay, ja, ich nehme die Pakete an. Ist in Ordnung. Ist okay. Hm. Wir sind doch jetzt endlich entspannt dabei. Aber wir wollen, dass du gesund bleibst. Zum Thema weitermachen mit Dead Space. Du meinst den Spendenmarathon. Nein! Was zum Fick? Nein. Ähm. Du solltest aber sonst gesund machen. Das passt gut, wenn man sich heilt. Hä? Was? Warte, was? Das verstehe ich nicht. Oh. Hallo Shino. Shino läuft ins Zimmer. Leute, ich glaube, Shino geht es gut genug wieder. Er läuft wieder ins Zimmer. Vorher war er halt lieber nur im Wohnzimmer und hat sich da nicht so viel bewegt, weil er, der hat viel geschlafen, weil es ihm ja so schlecht ging. Aber jetzt läuft er ins Zimmer und sagt Hallo. Hallo. Wie süß. Okay. Dann werde ich Nagis essen, ein bisschen Shino betüddeln. Ähm. Ja. Und dann aber sehen wir uns morgen. Morgen ist Ostern. Morgen ist ein entspannter Stream. Wir sagen das jetzt alle. Morgen wird ein schöner und entspannter Stream. Morgen wird ein schöner und entspannter Stream. Ja. Okay. Ähm. Ja, ja, ja. Schöner, entspannter Stream. Morgen machen wir Minecraft. Wir haben viel zu bauen. Morgen Frühstück-Stream. Nein. Oh, Leute, ey. Morgen machen wir ein Frühstück-Stream. Ah, es ist so schlimm mit euch. Frühstück morgen. Entspannter. Ostern. Frühstück. So. So. Lasst ihr die Nagis schmecken und bis morgen. Dankeschön. Dankeschön. Wir sehen uns morgen. 10 Uhr. Bisschen Minecraft. Bisschen zusammen wach werden. Ich bin morgen früh wahrscheinlich wieder extrem müde. Ähm. Ah. Zusammen ein bisschen Tee oder Kaffee trinken und wach werden und quatschen. Und ja, falls ihr nicht mit Familie Ostereier, eine Ostereiersuche gemacht habt, könnt ihr bei mir eben einfach entspannt den Morgen verbringen. Ja, ich freu mich. Ja, ich freu mich. Ich freu mich. Ich freu mich. Du hast mich und meinen Kumpel gut unterhalten. Das freut mich. Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann. Dankeschön. Der Stream war insane. Holy fuck. Dankeschön für alles. Ja, weiß auch nicht, was ich sonst sagen soll. Dankeschön. Das steht um 10, also ja so 10 Uhr 30. Ey, das stimmt nicht. Nein. Äh, okay, ja doch. Manchmal fange ich auch... Ich fange... Ich habe... Da steht circa 10. Das heißt, es kann ein bisschen später oder ein bisschen früher sein, ja? Hallo, Domit. So, meine Güte. So, Leute. Ich würde sagen, wir raiden heute die gute Himechi. Die gute Himechi. Die hat nämlich die Büh und, äh, auch Subathon heute. Oh mein Gott. Die streamt ja auch schon vor lange. Holy fuck. Ähm, und freut sich bestimmt, wenn wir einmal reinschneiden. Deswegen, ja, sagt ihr einfach ganz viel Liebe. Sagt irgendwie... Können wir irgendwie... Ja, oh, vielleicht nicht Caps. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr Bot das nicht mag. Herzlichen Glückwunsch zum Debüt. Können wir das hier machen? So. Können wir das hier spammen bei ihr? Können auch gerne mehr Herzen sein. Oder nur... Wenn ihr keinen Bock habt, einfach nur Herzen sind auch gut. Herzlichen Glückwunsch zum Debüt. Ja! Sagt ihr alle herzlichen Glückwunsch zum Debüt. Und ansonsten nur Herzchen, da freut sie sich auch bestimmt. Und, äh, ja. Yeah! Danke, Leute. Wir sehen uns morgen. Ansonsten frohe Ostern. Wir sehen uns vielleicht zum Antifist-Montag am... äh, Montag? Lol. Mal gucken, wann wir den machen, ob ich den schon nächste Woche mache oder erst. Ja. Aber wir sehen uns! Ja, viel Spaß bei Himmel. Bye, bye! easier. Prr Scheiss. Prr... Prr... Vielen Dank.